von denen wir aber nicht alle im Detail besprechen wollen. Weil es so viel Stoff ist, stellen wir das Ding nachher noch ins Netz. Die URL steht dort hinten an der Wand. Da kann man dann Details auch nochmal nachlesen. Wer dann da sich unbedingt zu den diversen Bits im IP-Header oder so tiefere Gedanken machen möchte, findet die Informationen dann auch im Web. Ganz grob, worüber wollen wir reden? TCP, IP und das Internet. Zur Erläuterung, das Schichtenmodell, das TCP, IP-Protokollfamilie verwendet. Unterscheidung IP, UDP, ARP, Routing. Dann TCP als das am weitesten verbreitete, auf IP aufsetzende Protokoll. Auch das komplexeste, wenn wir etwas mehr im Detail besprechen. Kurze Sätze zu Anwendungen und Angriffspunkten werden dann den Vortrag beschließen. Die TCP-IP-Protokollfamilie ist entstanden aus einer Entwicklung, die damals von der DARPA, das ist eine Organisation, die dem amerikanischen Verteidigungsministerium untersteht, gefördert wurde. Das Ziel war, im Gegensatz zu den damalig vorherrschenden zentralisierten Netzen, basierend auf SNA von IBM, ein dezentrales Netz zu schaffen zur Kommunikation, das eben durch den Verzicht auf einen zentralen Knoten keinen Single Point of Failure hat. Das heißt, ein Netz, das auch militärische Aktionen mehr oder weniger unbeschadet übersteht. Das war der Plan. Das war der Plan. Das Netz sollte unabhängig von den darauf laufenden Applikationen sein, also nicht nur Terminal-Emulationen oder nicht nur Falltransfer oder nur E-Mail-Unterstützung, sondern eben auch andere Anwendungen. Anwendungen, das dann auch ganz gut funktioniert, zum Beispiel ist das HTTP-Protokoll für das World Wide Web ja eine deutlich spätere Entwicklung und die passt sich da eigentlich nahtlos ein. Im Gegensatz zu den von der ISO, International Standards Organization, definierten OSI-Protokollen ist TCP-IP kein offizieller Standard, der durch Standardisierungsgremien gegangen ist, etc. Aber vielleicht auch, vielleicht trotzdem, vielleicht aber auch gerade deswegen funktioniert es sehr gut, ist relativ leichtgewichtig und wird weit, weit mehr als die OSI-Protokolle, die inzwischen selbst in den Behörden langsam aussterben, sehr viel mehr eingesetzt. Der ganze Kram ist paketorientiert, basiert auf einem Schichtenmodell und jedes Paket ist adressierbar. Kommen wir im Detail zu. Das Internetschichtenmodell sieht so ähnlich aus wie das OSI-Referenzmodell, welches sieben Schichten hat. Im IP-Bereich gibt es nur fünf Schichten. Aber das Prinzip, dass ich Schichten habe und jede Schicht redet eigentlich nur mit der darüberliegenden und der darunterliegenden und die Schichten sind im Prinzip austauschbar, gilt auch hier. Wenn auch beim IP einige, sag ich mal, Übergriffe vorkommen, dass es also einige Sachen gibt, die nicht ganz sauber in einer Schicht abzubilden sind. Also man muss sagen, dass es insgesamt ein Trend, dass man wieder abgeht vom Schichtenmodell. Das Schichtenmodell ist mal entwickelt worden, um wirklich eine saubere Trennung zu haben. Zum Beispiel kann man auf dem normalen Ethernet natürlich auch noch was anderes machen als IP und TCP. Aber jetzt inzwischen ist der Trend so, dass man Schichten durchbricht, weil zum Beispiel, als mal ein Beispiel, warum das nicht so toll ist, das Schichtmodell ist, dass zum Beispiel eine Sicherung des Transportes sozusagen auf jeder Schicht vorgenommen wird. Dann wird also einmal auf dem Ethernet eine Checksumme gebildet, dann kommt nochmal eine IP-Checksumme und dann kommt nochmal eine TCP-Checksumme drauf. Dann haben wir ganz, ganz viele Checksummen und es gibt halt eine Reihe von Argumenten, die sagen, man sollte vielleicht doch lieber eine Ende-zu-Ende-Absicherung nur machen. Und diese Argumente werden ein bisschen stärker und deswegen ist das Schichtenmodell nicht mehr so ein Gesetzesbuch, wie es früher mal war. Hat aber immer noch eine wesentliche Bedeutung und dieser Vortrag ist auch nach Schichten gegliedert. Und der zweite Grund, warum man in der Praxis von diesem Schichtenmodell, was zur Beschreibung halt sehr schön ist, abweicht, ist Performance. Es gibt also Geräte wie Switches, die sich eigentlich auf Layer 2 abspielen, die dann aber auch Layer 3-Funktionalitäten beinhalten und so weiter, um eben höhere Leistung zu bekommen, weil eben weniger mehrfach getan werden muss. Wie funktioniert denn das? Auf der obersten Ebene habe ich Nutzdaten. Das sind die Daten, die ich tatsächlich über das Netz verschicken möchte. Zum Beispiel der Inhalt einer E-Mail. Wenn ich das an die nächste Schicht abgebe, ans Layer 4, dann wird dieser, diesen Nutzdaten, ein TCP-Header vorgestellt, der das Protokoll TCP notwendigen Informationen beinhaltet. Das wird dann ans Layer 3 übergeben. Da wird dann der ganzen Geschichte noch ein IP-Header vorangestellt, dem TCP-Header und den Nutzdaten zusammen. Und wenn ich das dann ans Layer 2, also ziemlich nah am Draht, übergebe, dann habe ich da noch einen weiteren Header da vorgestellt, nämlich den 802.3-Header zum Beispiel im Ethernet. Ich gucke jetzt mal, ob das auch funktioniert, wenn ich hier zurück bin. Oder im 802.11 im Waveline. Genau. Also auf Layer 1, dem physischen Layer, da rede ich über Draht, UTP-Kabel, Lichtwellenleiter. Signalform auch. Und die Signalformen auf diesem Draht, genau. Basisband, Breitband, Modulationsverfahren. Also sehr physikalisch die ganze Geschichte. Auf Layer 2, also da spielen sich dann im Wesentlichen analog-elektronische Geschichten ab. Auf Layer 2, auf dem Data-Link-Layer, betrachte ich Sachen wie Ethernet, wie Wavelan, wie ISDN. Auf Layer 3 betrachte ich dann IP, als Routing, routbares Protokoll, dazugehörige Hilfsprotokolle wie ICMP, ARP. Auf Layer 4, rede ich in der Internetwelt eigentlich nur noch zwei Protokolle, nämlich entweder UDP oder TCP. Was das genau ist, kommen wir später zu. Und auf Layer 5 finden sich dann Sachen wie Terminal-Emulation, Telnet, wie FTP, wie HTTP, etc. Also wie schon gesagt, auf dem Link-Layer, Layer 2, finden wir Sachen wie Ethernet, Token Ring, HDLC-Verbindungen, ISDN, solche Geschichten. HDLC- und ISDN-Verbindungen sind anders als Ethernet und Token Ring Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Die verbreitetste Technologie im lokalen Netzbereich ist sicherlich Ethernet. Da findet man 10 Megabit, was einigermaßen am Aussterben begriffen ist, 100 Megabit und zunehmend Gigabit. Die verwenden alle dasselbe Protokoll, was dafür sorgt, dass die Hardware, der intelligente Teil der Hardware, für diese Geräte eigentlich gleich sein kann. Für alle drei Geschwindigkeiten. Das muss natürlich schneller sein. Wenn ich Gigabit mache, das brauche ich ein bisschen schnellere Elektronik, als wenn ich da 10 Megabit drüber schieben will. Im Ethernet habe ich eine Adresse, die nur lokal gültig ist, in meinem LAN. Die wird nicht nach draußen gegeben. Die sogenannte MAC-Adresse, MAC, die hat 6 Bytes. Die ist normalerweise in meiner Netzwerkkarte eingebrannt. Ich brauche mich also nicht darum zu kümmern, die zu vergeben. Bei den meisten Netzwerkkarten kann ich diese Adresse selbst vergeben, wenn ich dann unbedingt Wert drauf lege. Das ist aber nicht unbedingt sinnvoll. Im Ethernet spricht man nicht von Paketen. Da spricht man aus mehr oder weniger unklaren Gründen von Frames. Ein Ethernet-Frame hat einen Datenteil, der mindestens 46 Bytes lang ist. Maximal 1500 Bytes. Bei Gigabit Ethernet kann er auch länger sein. Daran schließt sich eine 2 Byte-Prüfsumme ab. Vorne dran hängt ein 2 Byte-Feld, das den Typ angibt. Zum Beispiel 0800, Hexadezimal ist IP, 0806 ist ARP und noch ein paar andere. Und dann findet sich in jedem Frame eine Quelladresse und eine Zieladresse. Dieses Prinzip wird uns durch die ganzen Protokollschichten ziemlich durchgehend begleiten. dass jedes Datenpaket oder jedes Frame eine Adresse hat, wo drin steht, wo es hin soll und eine zweite Adresse, wo drin steht, wo es herkommt. Das, wo es herkommt, ist natürlich wichtig, wenn ich dem Ganzen auch noch eine Antwort geben will. Die meisten Datenpakete wollen eine Antwort haben. Diese 6 Bytes-Adresse ist genau die Adresse, die in der Netzwerkkarte fest eingebrannt ist. Bei den Ethernet-Kabeln gibt es erstmal zwei bzw. drei Welten. Einmal das koaxiale Kabel, rund, sieht aus wie ein Antennenkabel, ist aber schwarz. 50 Ohm Wellenwiderstand. Wenn man vermeiden kann, dieses Kabel einzusetzen, dann sollte man es tun. Es spart graue Haare. Das Problem bei dieser Verkabelung ist, dass ein Fehler im Kabelstrang dafür sorgt, dass das gesamte Netz nicht geht. Es ist also sehr schwer herauszukriegen, wo denn der Fehler sitzt. Dann gibt es die andere Variante, die mit Kupferkabeln arbeitet, wobei immer ein Adernpaar in sich verdrillt ist. Von dem typischen EIA 568 Kabel nach Kategorie 5, das hat vier Adernpaare, davon werden für Ethernet nur zwei genutzt, außer bei Gigabit. Die Verkabelung ist sternförmig. Ich habe also einen zentralen Kasten, einen Hub oder einen Switch und von dem aus wird das immer verkabelt zu den Endgeräten. Der Hauptnachteil dieses Systems ist, dass die Kabellänge, die ich haben kann, begrenzt ist. Ich kann 90 Meter Kabel in der Wand haben, plus 10 Meter für die Anschlusskabel an den Enden. Das ist nicht wirklich viel. Da kommt man also in einem mittleren Gebäude leicht hin, was dann dazu führt, dass man mit Etagenverteilern oder ähnlichen Geräten arbeiten muss. Also mit aktiven Verteilern, was dann die Kosten etwas in die Höhe treibt. Trotzdem ist das die Technologie, die sich durchgesetzt hat. Die dritte Variante ist Lichtwellenleiterkabel. Die wird zum Teil allerdings sehr, sehr selten für 100 Megabit eingesetzt. Wirklich durchsetzend wird sich Lichtwellenleiter höchstens für Gigabit, weil Gigabit über Kupferkabel wirklich schwierig ist, das zuverlässig zu bekommen. Kleiner Exkurs, weil man in der Praxis vielleicht damit mal was zu tun hat. Diese RJ45-Stecker, die für Ethernet verwendet werden, sind so kleine Plastikstecker, haben acht Anschlüsse. Das Gemeine ist, es gibt zwei Anschlussbelegungen auf dem Markt. EIA 568 A und EIA 568 B. Die unterscheiden sich ausschließlich dadurch, ob das erste Adernpaar das Grün-Weiß und Grün oder Orange-Weiß und Orange ist. Das Fiese ist, wenn man ein Kabel auf der einen Seite nach 568 A und auf der anderen nach 568 B belegt, funktioniert es nicht. Kann man relativ lange nach suchen. Also sollte man, wenn man irgendwie anfängt, ein Netzwerk zu bauen, einfach mal diktatorisch festlegen, ob man A- oder B-Belegung haben will. Und jeden einfach aus dem Haus jagen, der die andere haben möchte. Die Adernfolge ist relativ leicht auswendig zu lernen. Der Witz ist, dass immer die Adern, die gleiche Farbe haben, mit Weiß oder ohne Weiß, ein Paar sind, das miteinander verdrillt ist. Also Pin 1 und 2 sind Grün, Weiß und Grün. Das ist ein Paar. Das zweite Paar, was man für Ethernet braucht, ist Weiß, Orange und Orange. Und die sind im Stecker so angeordnet, dass die Beeinflussung der verschiedenen Aderpaare untereinander möglichst vermieden wird. Jetzt haben wir die physikalische Ebene endgültig verlassen. Jetzt fangen wir an, über IP, Internetprotokoll zu reden. Gleichzeitig haben wir die Ebene, die nur im lokalen Netz funktioniert, verlassen. Auf Layer 3, auf IP-Ebene wird geroutet. Das heißt, Datenpakete werden auch über Grenzen meines lokalen Netzes hinweg zugestellt. Dazu gibt es Kisten, die heißen Router, andere sagen Router. Das geht beides, weil das eine ist Englisch, britisches Englisch, das andere ist amerikanisches Englisch. Etwas verbreitet ist wohl Router. Diese Pakete oder Daten werden grundsätzlich in Form von Paketen befördert, wie schon gesagt. Jedes Datenpaket wird getrennt von allen anderen Datenpaketen befördert. Genauso wie es der Post egal ist, wenn ich den einen Container voll Paketen zustelle und die sollen alle nach München, Schillerstraße 17, dann ist nicht gesagt, dass alle diese Pakete mit demselben LKW befördert werden. Es kann sogar sein, dass manche mit dem LKW, manche mit der Bahn und manche mit dem Flugzeug befördert werden. Jedes Datenpaket im Internet wird unabhängig von allen anderen Datenpaketen befördert. Und auch die Antwort muss nicht auf demselben Weg zurückkommen, wie das Originalpaket hingegangen ist. IP ist für sich gesehen ungesichert. Das heißt, es wird ein Paket auf die Reise geschickt. Und dem IP-Protokoll ist es schnurzpiep egal, ob dieses Paket jemals ankommt. Und IP macht keine Versprechung, dass Pakete ankommen und hat auch keine Vorkehrungen dafür, eventuell verlorengegangene Pakete noch einmal zu senden oder so. Dieses wird erst auf höheren Protokollschichten gemacht. Das Protokoll ist verbindungslos. Das heißt, jedes Paket vom Absenden eines Pakets bis zum Ende, wenn das Paket abgeschickt ist, dann ist für IP die Sache erledigt. Es wird also keine Verbindung zwischen verschiedenen Rechnern aufgebaut, die gehalten wird über ein Telefon und dann irgendwann wieder getrennt wird, sondern es wird ein Paket weggeschickt und das war's. Das IP-Protokoll arbeitet mit Adressen. Diese Adressen sind 32 Bit lang und werden üblicherweise in Form von vier dezimalen Zahlen mit Punkten dazwischen geschrieben. Man könnte sie natürlich auch als eine Hexzahl ausdrücken oder meinetwegen auch zur Basis 17, wenn man das unbedingt toll findet, aber die übliche Darstellung ist eben vier dezimale Zahlen. IP-Adressen gehören entgegenverbreiteter Meinung nicht zu einem Rechner, wie zum Beispiel zu diesem Notebook, sondern zu jedem Interface eines Rechners. Wer dieses Notebook zwei Netzwerkkarten hat, zum Beispiel eine Waveland-Karte und eine Ethernet-Karte, dann hat es auch zwei IP-Adressen. Das ist bei normalen Rechnern, die normalerweise nur einen Netzanschluss haben, nicht wirklich spannend, aber Rechnern, die mehrere Netzanschlüsse haben, ist das wichtig zu wissen. Ganz wichtig zu wissen ist das natürlich bei sogenannten Routern, die die Verbindung zwischen mehreren Netzen herstellen. Die müssen sehr wohl wissen, an welchem Kabel welche Adresse hingehört, weil die ja die Datenpakete entsprechend sortieren sollen. Ein IP-Paket besteht, wie eben schon gesagt, aus einem Header und aus Nutzdaten. Der Header ist hier mal aufgeschlüsselt, wobei eine Zeile hier quer rüber immer 32-Bit sind. Insgesamt sind das also 20 Bytes. Vorneweg steht ein kurzes 4-Bit-langes Feld mit der Versionsnummer des IP-Protokolls. Ein weiteres 4-Bit-langes Feld gibt die Länge des Headers an, und zwar nur die Länge des Headers. Dann gibt es zwei Felder, die früher Type-of-Service waren. Die sind jetzt zerlegt in zwei Unterfelder. Es sind zwei Felder, es ist einfach so, es sind zwei Felder. Das eine ist für die Differentialed Services, das ist ein Ansatz, Dienstgüte in ein Netz reinzubringen, nach dem Motto, also es ist mehr als Prioritäten, aber simpel gesagt, der Chef, der kriegt halt mehr Bandbreite als der Untergebene. Das ist ein 6-Bit-Feld, und das andere ist für Explicit Congestion Notification, da kommen wir später noch mehr zu, das sind 2-Bits. Wichtig ist eben, dass es keinen Type-of-Service mehr gibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Linux-Kernel-Firewall macht oder so, dann ist da immer noch viel mit TOS und so, das gibt es alles gar nicht mehr. Und wer ECN mal eingeschaltet hat bei seinem Linux-Rechner, wird auch feststellen, wie wenig Rechner er noch erreichen kann, weil viele immer noch davon ausgehen, dass das TOS-Felder sind und dann irgendwie, was weiß ich, Pakete wegwerfen, weil das nicht so ist, wie sie das erwartet haben. Sehr schön. Dann gibt es ein weiteres Feld von 16-Bits. Dieses Feld gibt die Gesamtlänge des IP-Paketes in Bytes an. Das heißt, ein IP-Paket kann klassisch nur 65.536 Bytes lang sein. Das heißt, ich kriege nur 65.516 Bytes Nutzdaten maximal rüber, weil ich ja 20 Bytes von Helder abziehen muss. Das stimmt nicht mehr ganz, weil bei sehr langen, sehr schnellen Leitungen ich damit Probleme kriege, wenn ich nur so kleine Pakete machen kann. Deswegen gibt es in dem Flex-Feld hier die Möglichkeit, zu sagen, nein, nein, die Gesamtlänge ist nicht in Bytes zu lesen, sondern die ist in größeren Einheiten zu lesen. Damit kann ich dann also die maximale Paketgröße erhöhen. Dann gibt es eine laufende Nummer des Pakets. Das ist mal ganz hilfreich, wenn man die sortieren möchte. Dann gibt es eben dieses besagte Flex-Feld. Dann gibt es ein Fragment-Offset. Das heißt, wenn ich ein Paket habe, was für einen Teil meiner Strecke zu groß ist, nicht jede Datenschrecke kann Pakete beliebiger Größe transportieren. Ein sehr typischer Fall ist eine X.25-Verbindung, wo die Größe eines Paketes typischerweise auf 128 Bytes begrenzt ist. Das heißt, wenn da ein IP-Paket ankommt, und das ist meinetwegen 3000 Bytes lang, dann muss das in mehrere kleinere Paketchen namens Fragmente zerlegt werden. Dieser Fragment-Offset sagt einfach, wo im Rahmen des Gesamtpaketes ist dieses Fragment, was hier gerade angekommen ist, einzusortieren. Dafür brauche ich eben auch die laufende Nummer des Pakets, damit die Fragmente wirklich wieder ins richtige Paket einsortiert werden. Diese Fragmentierung und auch wieder Defragmentierung macht IP. Das heißt, dafür sind die höheren Schichten nicht mehr zuständig. Und damit wird das also für höhere Protokollschichten transparent abgefackelt. Dann gibt es noch eine Time-to-Live. Das sagt, diese Time-to-Live gibt an, wie viele Zwischenstationen dieses Paket noch passieren darf, bevor es als gammelig weggeworfen wird. Sinn dieser Übung ist, jeder Router unterwegs, jede Zwischenstation, zählt diese Time-to-Live um 1 herunter. Und wenn sie dann Null ist, schmeißt der Router das Paket einfach weg. In der Regel sind die freundlich genug und schicken einem eine Meldung zurück und die sagt, ich habe dein Paket weggeschmissen, weil es zu alt war. Sinn der Übung ist, dass ich Schleifen vermeide. Wenn ich ein Paket auf die Reise schicke und sage, okay, das soll irgendwann mal da hinten hin, ich schicke das dir, du schickst das, sagst der beste Weg, um da hinten hinzukommen, bist du, und du sagst aber, der beste Weg, um da hinten hinzukommen, bin ich, dann läuft dieses Paket im Kreis. Und wenn ich keinen Mechanismus habe, diesen Kreis aufzubrechen, dann wird das Paket bis zum Wärmetod des Universums kreisen und das ist nicht wirklich zweckdienlich. Deswegen wird dieser Time-to-Live ständig runtergezählt. Die einzige Stelle, wo man als normaler Anwender sehr sichtbar mit dieser Time-to-Live in Berührung kommt, ist das Programm Traceroute. Das benutzt nämlich genau dieses Feld, um auszuklingeln, wie meine Pakete eigentlich laufen. Indem es nämlich mit einer künstlich kleinen Time-to-Live ein Paket auf die Reise schickt und guckt mal, wo die Fehlermeldung herkommt. Dann schickt es mit einer etwas größeren Time-to-Live durch die Gegend und guckt, wo dann die nächste Fehlermeldung herkommt. Und so kann das rauskriegen, wie meine Pakete laufen. dann gibt es eine Prüfsumme über den Header. Nicht über die Nutzdaten, sondern IP macht eine Prüfsumme nur über den Header. Idee ist, wenn der Header schon kaputt ist, dann brauche ich den Rest des Pakets mir gar nicht mehr anzugucken, weil ich kann es ja schon nicht mal mehr sauber zustellen. Ja, eine Quelle-IP-Adresse und eine Ziel-IP-Adresse. Und danach können dann noch Bytes kommen, die Optionen darstellen. Deswegen gibt es dieses Flag, wie lang, oder dieses Feld ganz am Anfang, wie lang ist der Header. Muss ich das veratmen, muss ich nochmal drücken. Ah. Und es geht doch. hat er vergessen? Nee, kein Übersprung. Kann man dann noch irgendwelche Effekte drin haben. Ah ja, gut. So, technisch aufbauend auf IP, funktional in IP integriert, ist das Protokoll ICMP. Das ist ein Protokoll, dessen Zweck darin besteht, Fehler zu melden. Typische ICMP-Meldungen sind Host Unreachable. Wenn ich einem Router ein Paket hinschicke und der sagt, nö, aber zu der Kiste habe ich gar keine Verbindung, dann schickt er mir eine solche Meldung zurück. Network Unreachable, ist nochmal nahezu dasselbe. Dann gibt es ein ICMP Echo Request und ICMP Echo Reply. Das ist das, was das Programm Ping benutzt, um rauszukriegen, ob eine bestimmte Maschine erreichbar ist. Dann gibt es Redirects, wenn ein Router mir sagt, ja, ja, ich kann dein Paket zustellen, aber fragt, ob eigentlich ist der bessere Weg über den da, das elektronische Umleitungsschild und eben das Time to live exceeded, was wir eben hatten, wenn das TTL-Feld abgelaufen ist. Was man dann noch braucht, um, wenn das Paket im Ziel Netzwerk, aber noch nicht am Ziel Rechner angekommen ist, ist ARP, da muss ich die physische Adresse, die Ethernet Adresse wissen, wo ich das Ding hinschicken soll, weil ich stecke das dann zwar auf meinen Ethernet Rad, aber ich muss ja die richtige Adresse in den Ethernet Frame hineinschreiben. Und weil eben kein Rechner dieser Welt die Ethernet Adressen sämtlicher Rechner dieser Welt kennen kann, es wären viel zu viele, und es für das Routing normalerweise auch gar nicht erforderlich ist, werden IP Pakete halt mit vierarbeitigen IP Adressen adressiert und die für die endgültige Zustände notwendigen MAC Adressen bekomme ich über das ARP Protokoll wenn ich also im Ethernet ein Paket loswerden will dann schicke ich einen ARP Request durch die Gegend und den schicke ich als Ethernet Broadcast also an alle weiß jemand welcher Adresse welcher Rechner die IP Adresse 1234 oder so hat irgendein Rechner im Netz sagt Moment mal das ist ja meine dieser wird also einen ARP Reply schicken da wird dann drinstehen ich habe die IP Adresse 1234 und meine Ethernet Adresse ist abcdef damit man das nicht ständig tun muss werden sowohl der Sender als auch Empfänger sich diese Information für eine gewisse Zeit merken typisch sind ein paar Minuten die Frage war ob ich auch einen anderen Rechner dazu bringen kann diese Information zu geben als den eigentlich angesprochenen ja das kann ich das nennt sich Proxy Up das mache ich speziell dann wenn ich die Broadcast Last vermindern will oder wenn ich das aus anderen Gründen tun möchte zum Beispiel weil ich eine Warnverbindung dazwischen habe über eine Bridge ja das kann ich das geht also gerade hier auf dem Kongress kann man ja auch feststellen dass man mit Up viel Mist machen kann also indem man zum Beispiel auf diese Frage währt denn hier die IP Adresse sowieso mit seiner eigenen Rechner antwortet und sagt ja ich bin das und dann kriegt man die weiteren Pakete auf die Art und Weise kann man sich zum Beispiel Verbindungen klauen also oder dieser ARP Cache ganz beliebter Trick die etwas älteren Switches die hatten das Problem dass sie natürlich nach den MAC Adressen geswitcht haben also je nachdem MAC Adresse sowieso hängt an dem und dem Port das mussten die sich natürlich merken in einem Cache und wenn man die einfach mal bombardiert hat mit ARP Nachrichten dann war dieser Cache schnell voll und dann konnte der Switch sich nichts vernünftiges mehr merken das heißt er musste dann entweder in einen Broadcast Motor schalten wo er sich wie ein Hub verhält und alle Daten an alle Ports rausgibt oder er musste nochmal selber eine ARP Anfrage stellen und in beiden Fällen kann man das dazu nutzen auch Switches die sagen wenn ich auf einem Port mehr als beispielsweise 100 angeschlossene Rechner finde mit diesem ARP Spoofing dann schalte ich diesen Port gnadenlos ab das sind dann die sichereren aber das ist dann auch wieder der Null Service wie gesagt auf Kongressen wie diesen oder auf der HAL zum Beispiel da kann man das beantworten sehen wenn das Netz mal wieder überhaupt nicht funktioniert dann hat wahrscheinlich jemand wieder Upfloating gemacht und dann ist der Fall für die WC Ente da Entschuldigung kann ich mir das so vorstellen wie die DNS Server im Internet sozusagen also die DNS Server nur für die MAC Adressen wir reden hier nur vom lokalen Netz jeweils DNS Server ist ja für weltweites Netz im Grunde ja schon aber ist so vom Prinzip her ähnlich ja eigentlich nicht beim DNS Server fragst du ja einen Server ich habe hier Namen sowieso sowieso sag mir mal die IP und hier ist es eher so im Normalfall dass du einfach an alle sendest ich suche den und den melde dich mal bei mir das ist also ein ganz anderes Prinzip Herr Müller bitte zur Geschäftsleitung das funktioniert im Prinzip wie die Durchsage im Kaufhaus Herr Müller bitte 17 anrufen genau so wenn also im Kaufhaus das Büro jemanden speziell sucht dann sagen die Herr Müller bitte 17 anrufen dann ruft der an und danach weiß sowohl das Büro auch dass der Herr Müller jetzt am Telefon 57 zu erreichen ist im Moment gerade genauso funktioniert das und beide merken sich das also bestenfalls mit dem Winz von Windows zu vergleichen die Namensauflösung das frage ich auch wer bist du und merke mir das dann ja aber über Winz wollen wir jetzt hier lieber nicht reden das ist ein weites Feld und ein sehr ekliges ja wir haben schon kurz über das Thema Router und so weiter geredet um das noch mal aufzuschütteln gibt es hier ein nettes kleines Bild wir haben einen Rechner A der ein Datenpaket an einem Rechner B befördern möchte und wir gehen mal davon aus dass dieser Rechner B eine Internetverbindung hat die nicht direkt am Laden dranhängt sondern dass sie dort im Büro vielleicht zwei Netzwerkstränge hängen und dass da jedenfalls ein Switch besteht und der Router an einem Port von diesem Switch angeschlossen ist also schickt das Application Layer Programm sei es ein E-Mail Programm die Daten herunter über Application Layer Transport Layer Internet Layer Data Link Layer auf dem physischen Layer sprich auf dem Ethernet kommt der Kram dann an das Ethernet ist verbunden mit einem Switch der auf dem Data Link Layer die Daten also noch pur Ethernet zustellt wieder über physische Layer übers nächste Ethernet Kabel an den Router dieser Router da laufen die Daten jetzt von dessen Data Link Layer bis auf das Internet Layer bis also bis auf IP Ebene hoch werden auf IP Ebene untersucht wohin müssen sie denn dann geht es auf einem weiteren Physical Layer das könnte dann ISDN sein oder DSL oder eine Mietleitung oder irgendwie eine Satellitenverbindung oder ein Glasfaserkabel gehen sie zur Zieladresse diese Spielchen über Data Link Layer und Internet Layer kann sich jetzt noch beliebig oft wiederholen bis sie irgendwann im physischen Layer des Zielnetzwerks angekommen sind auch da geht es dann wieder alle Layers hoch bis er beim E-Mail-Programm E-Mail-Server-Programm des Rechners B angekommen ist also man kann sich jetzt auch vorstellen dass es jetzt noch ein weiteres Gerät im Netz gäbe was sozusagen bis zum Transport Layer geht bis zum Layer 4 da hat sich nicht so ein gängiger Name eingebürgert wie also Switch oder Router sondern das heißt dann einfach Layer 4 Switch oder Layer 4 Router kann man auch schon kaufen da kommen da kommen wir noch näher zu was genau auf dem Transport Layer gemacht wird aber mal eben so was so in den letzten zwei Jahren war ist die Hardwarehersteller die wollten irgendwie zeigen dass das alles viel besser wird und haben dann sogenannte Layer 3 Switche rausgebracht also Layer 3 ist ja eigentlich Router das Internet Layer das Ding heißt eigentlich Router was sie verkauft haben war ein Layer 3 Switch und dann fragt man sich natürlich wo ist denn da jetzt der Unterschied zum Router ja man will sagen dass das Ding besonders schnell ist also Layer 3 Switch ist ein Router der schnell ist das war eben die Marketingabteilung und so ging das jetzt weiter dass wir bald Layer 4 Switche haben werden und die werden noch schneller sein haben wir nichts mit Layer 4 zu tun also keine Ahnung wir wissen es nicht aber es wird alles etwas komplizierter weil eben die Marketingleute da versuchen ihre neuen Produkte irgendwie schöner anzupreisen ja bei einem Layer 3 Switch ist eben der Witz das ist ein Router der im Wesentlichen für lokale Netze gedacht ist eben nicht für Weitverkehrsverbindungen das heißt also der an allen Enden wie der Internet spricht und was sie da machen um die Sache zu beschleunigen ist dieses Routing ist relativ teuer ich muss also relativ viel CPU investieren um echtes Routing zu machen um einmal rauszukriegen wo muss das Datenpaket eigentlich hin was ein Layer 3 Switch also macht ist er trifft diese Routing Entscheidung einmal und merkt sich diese Routing Entscheidung auf der Ebene von Layer 2 also von MAC Adressen unter der Prämisse dass sich die Zuordnung von einer im LAN jetzt von einer IP Adresse und einer MAC Adresse vergleichsweise selten ändert im Internet ist das was anderes da kenne ich keine MAC Adressen aber im LAN kenne ich ja die MAC Adressen auch dieser Geräte und wie gesagt diese Zuordnung ändert sich relativ selten das heißt ich kann mir das durchaus mit gutem Gewissen für ein paar Minuten merken und weitere Pakete die über diese Verbindung fließen zwischen diesen beiden Geräten fließen kann ich auf MAC Adressenebene im Switch abfackeln das ist die Idee dahinter und das beschleunigt den Verkehr doch durchaus das ist messbar nicht alle Layer 3 Switcher arbeiten so also das ist eigentlich mal der ursprüngliche Gedanke gewesen allerdings hatten dann eben viele Hersteller gesehen oh das zieht wenn ich das Ding als Layer 3 Switch verkaufe und verkaufen dann eben auch andere Geräte als Layer 3 Switch und da muss man wirklich höllisch aufpassen wenn man sowas einkauft was man da eigentlich kauft gerade bei den Layer 4 Switchen da wird es richtig wirklich abenteuerlich letztendlich wollen sie eben nur damit sagen dass das Gerät eben sich auch in höheren Layer was angucken kann also ein Layer 4 Switch kann dann auch irgendwie über Ports irgendwas entscheiden also zum Beispiel eine Firewall die guckt natürlich auch nach Ports lässt eben nur bestimmten Service durch ist dann irgendwie Layer 4 Firewall oder sowas und dann wenn man jetzt eine noch tollere Firewall haben will dann hat man dann die Layer 5 Firewall die guckt auch noch was in der Applikation passiert sprich meinetwegen Virenfilter oder sowas also alles was über die klassischen Begriffe Switch und Router hinausgeht heißt gründliches Lesen der Dokumentation weil sonst kann man sehr viel Geld für etwas ausgeben was man effektiv nicht wirklich braucht ja kommen wir zu diesem etwas nebulösen Begriff Routing ich hoffe dass er hinterher nicht mehr ganz so nebulös ist IP Adressen sind 32 Bit breit organisiert diese 32 Bit zerfallen in zwei Teile der eine Teil gibt das Netz an in das das Gerät muss und wird fürs Routing benutzt und der zweite Teil gibt den Rechner innerhalb eines Netzes an und wird fürs Routing nicht gebraucht so um das auseinander zu halten gibt es eine sogenannte Netzmaske die sagt welcher Teil dieser Adresse Netz ist und welcher Teil dieser Adresse Host innerhalb des Netzes ist klassisch gibt es Klass A Klass B und Klass C Netze und die unterscheiden sich dadurch wie die ersten paar Bits der Adresse aussehen so dass man also klassisch nicht jedem nicht jeder Adresse noch eine Netzmaske mitgeben muss weil die durch diese Klassenadresse implizit bekannt ist das war mal aber als Modell ist es immer noch richtig und das ist das womit man sich normalerweise beschäftigt Klass A Netze da gibt es nicht viele von 128 Stück sind auch alle vergeben man kriegt keins mehr außer man das was mit 10 Punkt anfängt das darf jeder benutzen das wird aber übers Internet auch nicht gerautet ist aber gut zu wissen dass wenn man eine IP Adresse sieht 10 Punkt irgendwas die ist lokal frei kann man machen was man will wird nicht übers Internet gerautet das heißt wenn man sich für seine Rechner zu Hause irgendwie seine vier Rechner irgendwelche Adressen ausdenken muss man lässt die mit 10 Punkt anfangen dann ist man auf der sicheren Seite es gibt noch mehr solche freien Adressen 192 168 zum Beispiel sind ein Satz von Klass C Adressen womit man das tun kann aber die 10 Punkte am einfachsten zu merken das ist schön nach dem sicher KSB Netze sind auch ausverkauft da gibt es immerhin so 60.000 von die auch jeder 60.000 Rechner aufnehmen können aber wie gesagt wer einer haben will kriegt leider keine mehr Klass C Netze kann man schon eher bekommen die haben einen Netzteil der Adresse von 3 Bytes dafür können in diesem Netz jedem dieser Netze nur noch 254 Rechner stehen mehr geht nicht bei mir kann ich mit den 8 Bit nicht adressieren zwei Kombinationen nämlich 0 und die höchste 255 reserviert für andere Zwecke aber ich kann diese Subnetz Trennung wo eigentlich der Netzteil anfängt und wo der Hustteil aufhört kann ich frei verschieben durch diese Netzmaske und das ist auch das was man heutzutage tut diese Netzmaske wird mit der IP Adresse und verknüpft und was dann überbleibt ist der Netzteil der Adresse und der Rest ist eben der Hostteil eine Routing Entscheidung wird im Internet so getroffen ich zerlege zuerst die Zieladresse die im Paket drinsteht in ein Netz und einen Hustteil dann gucke ich in meiner Routing Tabelle nach ob ich den Netzteil der Zieladresse in meiner Routing Tabelle stehen habe Wenn ich das habe dann schicke ich das gesamte Paket an die Adresse oder an das Interface meines Routes mein eigenes Interface das in meiner Routing Tabelle drinsteht Wenn ich das nicht drinstehen habe dann schicke ich das zu meiner Default Route das ist die Route die immer passt In einem typischen Firmennetzwerk wäre das meine Verbindung zum Internet mein Internet Anschluss Wenn ich dann einen solchen habe Wenn ich keine Default Route habe schicke ich dem Absender einen Empfänger unbekannt verzogen zurück Das nennt sich ICMP Network Unreachable Ich habe eben darüber gesprochen dass ich Routing Tabellen brauche Adressbücher letztlich die sind relativ umfänglich Wenn ich also für die Routing Tabelle für das gesamte Internet irgendwie laden wollte das wäre doch ziemlich viel Da das manuell nicht sinnvoll zu pflegen ist gibt es verschiedene Protokolle die es erlauben dass die Router sich gegenseitig über den Zustand der Welt informieren und damit dann Routen oder diese Routing Tabellen automatisch pflegen Es ändern sich ja auch mal Routing Tabellen weil zum Beispiel ein Unterseekabel vor Australien von einem Fishtroller gekappt wird wie vor ein paar Monaten mal passiert ist sowas ist nicht nur lästig sondern sorgt auch dafür dass diese Netzwerkroute erstmal nicht mehr passierbar ist solange bis irgendjemand das Kabel aus dem Wässer gefischt repariert und wieder versenkt hat so und damit nicht bis dahin alle Pakete im Nirvana oder in diesem Fall im Pazifischen Ozean landen müssen die Routing Tabellen angepasst werden dass dort keine weiteren Pakete hingeschickt werden sollen dafür gibt es dann ein Paket RIP das sollte man sinnvollerweise nur im LAN verwenden wenn auch eine große deutsche Fluglinie das auch in ihrem Backbone Netz einsetzt mit mehr oder weniger spannenden Konsequenzen dann gibt es eben Pakete die oder Protokolle die für Warenverkehr tatsächlich erfunden wurden das etwas ältere ist EGP und das was heutzutage ein Stand der Technik ist BGP in seiner Implementation BGP 4 diese Protokolle sind ein bisschen abgefahren nicht jeder der sie implementiert versteht sie auch leider also wenn jemand einen spannenden Job sucht sollte er einfach mal so viel über BGP lernen dass er es wirklich verstanden hat solche Leute werden ernsthaft gesucht also hier fehlt noch OSPF Open Shortest Path First eigentlich ein viel häufigeres Protokoll heute man unterscheidet eigentlich grundsätzlich einmal zwischen dem Protokoll was ein Provider in seinem internen Netz benutzt also meinetwegen die Deutsche Telekom die sollte ihre Router untereinander mit OSPF sprechen lassen ich weiß nicht ob sie es tut aber sollte so sein und dann eben zwischen den Providern spricht man dann BGP obwohl heute schon viele feste Routen einbauen das merkt man daran dass dann irgendwie das Netz dann drei Tage nicht geht wenn tatsächlich das Kabel gekappt wird oder beispielsweise werden werden wir ein Kongress veranstalten holen uns ein großes Subnetz hier und warten darauf dass das dann auch hierher geroutet wird genau ja und der Unix ist das Standardsystem um das zu verwalten GateD der Dämon das ist also ein Programm das auf diese Nachrichten reagiert und die Routing Tabellen entsprechend anpasst ein GateD sollte man auch nur dann implementieren auf seinem System wenn man das wirklich will und weiß was man da tut weil ansonsten kann jeder beliebige Angreifer einen natürlich mit interessanten Routing Informationen versorgen die dann auch wieder dafür sorgen dass die Pakete möglicherweise im Pazifischen Ozean oder auf einem Rechner landen wo sie gar nicht hin sollen gut kommen wir zur vierten Ebene jetzt wird es langsam spannender also wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen Programmierung macht Unix Programmierung dann gibt es Sockets die man öffnen kann und da gibt es also wie gesagt erst mal zwei wichtige Protokolle das eine ist UDP das andere ist TCP fangen wir erst mal mit UDP an das User Datagram Protokoll das ist letztendlich nur ein Protokoll was man eben nochmal auf IP raufsetzt und nochmal die Port Information dazu gibt also letztendlich weiß ja jeder dass die verschiedenen Dienste die sind sozusagen hören auf verschiedene Ports ist letztendlich nochmal eine zusätzliche Adresse die sagt ich möchte jetzt mit dem Web-Server sprechen und nicht mit dem FTP-Server und das ist eigentlich schon fast alles was UDP macht man kann eben noch sagen welcher Port möchte mit welchem Port reden und dann schickt man das Paket los und hofft dass es ankommt das nennt sich immer Best Effort wir bemühen uns aber kommt vielleicht doch nicht an häufigste Anwendung ist zum Beispiel Videostreaming man schickt eben das Video los und hofft dass es dann eben auch ankommt ja NFS auch obwohl es inzwischen TCP-basiertes NFS gibt aber eigentlich alle ursprünglichen Implementierungen sind UDP basiert und die große UDP Anwendung überhaupt ist DNS UDP spielt im Backbone Verkehr nur eine relativ kleine Rolle es sind nur ein paar Prozent verkehrsmengen mäßig das liegt einfach daran dass wenn man mit einer TCP-Verbindung kommt dann ist das vielleicht gleich so eine riesige FDP-Verbindung wo man ein paar Gigabyte drüber zieht so eine DNS-Anfrage ist relativ klein aber trotzdem ist UDP im Kommen das liegt einfach an den Video-Übertragungen was da alles ist und naja mal schauen was die Zukunft bringt inzwischen werden ganz viele Protokolle nochmal auf UDP rauf implementiert weil man mit dem TCP nicht so zufrieden ist da findet man dann eben ein paar neue Protokolle die so ähnlich sind wie TCP und auf UDP aufsetzen nochmal Paketaufbau klar IP-Header dann kommen eben die Ports dazu und nochmal eine Prüfsumme und die Länge der Nutzdaten sozusagen also UDP hat im Gegensatz zu IP eben auch eine Prüfsumme über die Nutzdaten das ist eben der Unterschied ja also letztendlich kann der Empfänger sagen okay ist heil angekommen aber es gibt eben keine Rückmeldung dass es tatsächlich angekommen ist oder sonst etwas gut Ports hatten wir eben schon kommen wir nochmal zur Unterscheidung UDP TCP wie ich sagte UDP ist wir schicken ein Paket los und hoffen dass es ankommt das heißt es wird also keine Verbindung aufgebaut es gibt keine Sicherung dass die Daten auch wirklich angekommen sind TCP dagegen ist verbindungsorientiert in dem Sinne dass man erst sogenanntes TCP Sync Paket losschickt und sagt ich möchte jetzt mit dir reden lass mal eine Verbindung aufmachen und dann gibt es ein kleines Protokoll am Anfang komme ich gleich noch zu und eben zweitens auch dass es Rückmeldungen gibt vom Rechner ob die Pakete auch heil angekommen sind und wenn es eben keine Rückmeldung gibt dann schickt man es eben nochmal also erste Aufgabe von TCP ist die Verbindung in der Hinsicht abzusichern dass zweite Aufgabe von TCP ist eine die sehr sehr wichtig geworden ist heutzutage und das ist nämlich den Überlast Zusammenbruch zu verhindern ich habe hier so eine schöne Kurve ganz klar wenn ich die Kapazität des Netzes noch nicht erreicht habe das ist dann eben diese Schräge am Anfang dann schicke ich eben ein paar Pakete ins Netz und hoffe dass die eben genauso viele Pakete auf der anderen Seite wieder ankommen irgendwann habe ich dann die Kapazität des Netzes erreicht dann ist da so ein Knick zumindest in der idealen Kurve das heißt es kommt eben nur der maximalen Kapazität entsprechend viele Pakete an der Rest geht verloren das ist aber auch normal so da müssen wir eben die Kapazität erhöhen die grüne Kurve ist wie es dann in der Realität ist ganz ideal erreicht man es eben nicht aber die grüne Kurve wäre schon sehr schön wie wir das leider im Internet haben ist eher die rote Kurve das ist wenn man einen gewissen Punkt überschritten hat dann gibt es den sogenannten Überlast Zusammenbruch dann wird nämlich alles noch viel schlimmer und das war in der Anfangszeit des Internets ein ganz großes Problem ganz zu Anfang hat man überhaupt nichts dagegen gemacht weil es eben nur ganz wenige Rechner im Netz gab und da gab es einfach keine Überlast weil es einfach gar nicht genug Rechner gab die irgendwas produzieren konnten dann kamen immer mehr Rechner dazu und jeder hat fröhlich reingesendet in das Netz und dann kam eben genau diese Überlast Situation zustande und dann musste eben dringend etwas getan werden und hat man die erste Modifikation vom ursprünglichen TCP oder das erste eigentlich richtige TCP entwickelt was TCP Taho Old heißt ein ganz ganz simples TCP was aber schon eine gewisse Überlast Kontrolle hat so ich komme gleich mal zu den Details erst nochmal ganz grundsätzlich Überlast Abwehr wie können wir das eigentlich machen bei unimlastischem Verkehr der will mit einer bestimmten Rate senden und kann sie nicht anpassen das ist beispielsweise ein Video ein Video hat eine bestimmte Bandbreite und wenn die Bandbreite nicht zur Verfügung steht dann kommt das Video einfach nicht an und dann brauche ich auch überhaupt keine Bandbreite und deswegen macht man da grundsätzlich Überlast Abwehr durch Ruf Annahme zum Beispiel am Telefon wenn ich jemanden anrufe und gehe über Verbindung Hamburg München und die Verbindung Hamburg München ist belegt dann bekomme ich ein sogenanntes Gassenbesetz Zeichen was eben sagt ja Leitung ist voll im Internet wird es noch nicht gemacht da gibt es noch keine Call Admission Control außer vielleicht beim Server direkt den man erreichen will zum Beispiel FTP Server da gibt es maximal 10 Benutzer gleichzeitig und hat das jeder bestimmt schon mal gesehen dass dann die Verbindung gesperrt wurde aber vom Netz her gibt es das noch nicht und es wird gerade kräftig daran gearbeitet dass es sowas geben wird kann man davon ausgehen dass es vielleicht in zehn Jahren irgendeine Art von Rufeannahme im Internet geben wird der elastische Verkehr dagegen der kann seine Rate anpassen zum Beispiel wenn man FDP macht dann ist das ja eigentlich egal mit welcher Geschwindigkeit das ankommt das einzige was einen interessiert ist wann ist denn die Datei komplett da und bei E-Mails ist das genauso und da kann man also die Rate anpassen und genau das macht der TCP Algorithmus der passt die Rate immer der jeweiligen Netzsituation an und das ist eben die zweite wichtige Aufgabe von TCP die Ratenregelung der Quellen gut kommen wir zum Grundprinzip von TCP wir übergeben einen Byte Stream also wenn wir jetzt einen Socket öffnen in Unix dann übergeben wir den einfach einen Strom von Bytes und diese TCP Protokoll Maschine zerlegt diese Bytes automatisch in Segmente und die Größe der Segmente hängt dann eben davon ab was man für eine MTU eingestellt hat wenn man zum Beispiel mit IF CONFIX an Interface konfiguriert dann eben da kann man die Segmentgröße festlegen oder die Größe der Pakete die erlaubt ist hatten wir vorhin auch schon dann das zweite wichtige die wichtige Eigenschaft von TCP ist dass es im Window basiert ist das heißt es hat ein Sendefenster und das Prinzip dieses Fensters heißt dieses Fenster hat eine bestimmte Größe und alle Segmente die sozusagen in dieses Fenster reinpassen darf ich zu einer gegebenen Zeit senden und wenn jetzt hier in diesem Beispiel das Fenster fünf Pakete groß ist oder fünf Segmente groß ist man spricht eben von Segmenten dann darf ich diese fünf Segmente auf einmal losschicken und wenn dann ein Segment angekommen ist beim Empfänger dann kriege ich ein Acknowledgement zurück und dann verschiebe ich das Congestion Window das sieht man hier im folgenden Bild da sind die ersten zwei Pakete bestätigt wie man in diesem Bild auch noch sehen kann ist das vierte Segment auch schon bestätigt worden das geht jetzt so bei TCP nicht aber nehmen wir an das wäre so das dritte aber noch nicht dann kann ich das Fenster natürlich nicht weiterschieben da muss ich warten bis das dritte bestätigt wurde bei TCP hat man das so überlegt dass es sogenannte kumulative acknowledgements gibt das heißt wenn das vierte bestätigt wurde das dritte implizit mit bestätigt das ist aber jetzt eine Eigenart von TCP das muss nicht so sein so wenn jetzt ein bestimmtes Segment nach einer gewissen Zeit nicht bestätigt wurde dann wird es erneut übertragen wenn man davon ausgegangen ist dass verloren gegangen ist ja hier einen Aufbau eines solchen TCP Segments im Grunde haben wir wieder die Ports wie auch schon bei UDP die wir brauchen eine Sequenz Nummer hier Sequenz Nummer ist eigentlich ganz ganz wichtig wir sind hier verbindungsorientiert das heißt wir haben eine Verbindung und das heißt es gibt mehrere Pakete zu dieser Verbindung und die müssen auch in eine bestimmte Reihenfolge gebracht werden und dafür brauchen wir die Sequenz Nummer und die Acknowledgement Nummer ist dann letztendlich nochmal die Bestätigung dass ein gewisses Segment angekommen ist das heißt wenn ihr empfangenden Daten bestätigen und das macht man diesen Feld Acknowledge Nummer dann wieder Feld für die Länge noch vier reservierte Bits das heißt sie sind auch nicht vergeben für etwas das ist immer sehr schön bei IP fehlt nämlich sowas und da hätte man gern was gehabt und hat man eben jetzt dieses Toss Byte genommen mit vielen Nebeneffekten wie man das leider in der Praxis erfahren musste ganz kurz was die Flex gibt da gibt es CWR das heißt Congestion Window Reduce braucht man für den ECN Mechanismus ICE ist auch für den ECN Mechanismus ein Urgent Pointer für dringende Daten die sofort an den höheren Layer weitergereicht werden sollen das Acknowledgement Flag zeigt dass das ein Acknowledgement ist PUSH hat auch damit zu tun mit weitergeben die Daten RST ist das Reset Flag wenn man eine Verbindung abbrechen will beispielsweise also auf die böse Art SYN ist das Flag dass man eine Verbindung aufbauen will und FIN ist dass man sie beenden will dann gibt es ein ganz wichtiges Feld das die Windows Size das ist eben dieses Congestion Window was ich eben genannt habe das steht da drin wie groß das ist auf die Art und Weise kann man auch wieder Verbindungen sozusagen als Angreifer verlangsamen indem man eben da falsche Windows Sizes überträgt das ist wieder naja für die Leute die Verbindungen verlangsamen wollen ja hier auch wieder eine Checksumme die eben das ganze Paket sichert Urgent Pointer zeigt dahin wo die dringenden Daten sind Options Felder da gibt es zum Beispiel solche Options wie dass diese Windows Size die 16 Bits groß ist die ist auch wieder wie wir bei IP das Problem hatten eventuell zu klein für schnellere Leitungen die in mehreren Gigabit Bereich gehen da kann man also eine Windows Scale Option benutzen und kann sagen dass diese Windows Size wieder in einer anderen Einheit zu lesen ist übrigens Windows eine der letzten Betriebssysteme die das auch endlich implementiert haben und dann natürlich noch die Daten auch Variable Länge Options gibt es noch einige militärische die keine praktische Relevanz haben da könnte man zum Beispiel auch noch reinschreiben dass das auf keinen Fall über Irak oder Afghanistan oder den Gegner der Stunde gehen darf aber haben eigentlich keine praktische Relevanz TCP Verbindungsaufbau ich möchte jetzt meinetwegen eine Webseite irgendwo aufrufen abrufen dann macht mein HTTP Protokoll macht eine oder mehrere TCP Verbindungen auf und der TCP Protokoll Maschine schickt dann eben ein SYN-Paket los und sagt ja meine Anfangssequenz Nummer ist sowieso und ich möchte jetzt sozusagen eine Verbindung aufmachen und der Server antwortet dann mit einem SYN plus ACK und gibt eben die entsprechenden Informationen zurück und dann kommt nochmal das dritte ACK was eben sagt okay und das sind drei Wege Handshake und kleiner Exkurs SYN-Flooding vielleicht ein Begriff da ist einfach der Klient der will den Server ärgern und schickt ganz viele SYNs los und der Server der muss sich ja merken die ganzen Informationen die im SYN schon drin standen und muss dafür Speicher reservieren und der Klient schickt ganz viele SYNs los und der Server reserviert Speicher für jede Verbindung die da kommen wird und irgendwann ist voll voll und macht Boom und ist der Server weg und da hat man eben die SYN-Cookies erfunden wo der Server sozusagen dieses Cookie mit seinem SYN-Act zurückschickt und sich gar nichts merkt und sagt okay wenn du mit mir reden willst dann musst du mit deinem dritten Act was du da als letztes schickst mir diese Informationen wieder schicken und dann hat der Server alle Informationen wieder zurück und lässt die Verbindung zu diese SYN-Cookies haben aber auch einen kleinen Nachteil wie wir vor einem Monat bei Linux sehen konnten wenn wir jetzt zum Beispiel eine Firewall uns hinstellen und es ist ein einfacher Paketfilter die Firewall und da haben wir gesagt filter mal alle SYN-Sachen weg dann bin ich ja sicher kann ja keiner Verbindung zu mir aufbauen kommen ja keine SYN-Pakete mehr durch und bin sicher ja aber wenn jetzt der Klient raten kann wie so ein SYN-Cookie aussah dann kann er ja einfach das Acknowledgement losschicken mit diesen Daten die eben über das SYN-Act hätten kommen sollen und der Server der hat sich ja vorher nichts gemerkt der denkt das ist ein valider Cookie und nimmt die Verbindung an und schon bin ich durch die Firewall gekommen und der Trick ist eben dass man sich diese Cookies dass man nicht raten können darf wie diese Cookies aufgebaut sind und das war aber leider bei Linux der Fall und deswegen hat SYN-Cookie auch einen Nachteil gut Verbindungsabbau geht genauso Klient schickt ein FIN-Paket und der Server sagt nochmal Acknowledgement das geht in beiden Richtungen ist eigentlich klar kleine Einführung ich hatte auch einen Artikel in der letzten Datenschleuder geschrieben falls das jemand gelesen hat wie das ganz prinzipiell geht der Witz an Paketvermitteln Netzen im Gegensatz zum Telefonnetz ist dass wir eben mit verschiedenen Paketen arbeiten oder Frames oder Segmenten oder wie auch immer das heißt und die können wir zwischenspeichern wenn ich jetzt zum Beispiel ein Telefongespräch aufmache dann kann ich da nicht zwischenspeichern sondern ich muss wirklich eine komplette Verbindung reservieren von Anfang bis Ende und bei Paketvermittelten Netzen sagt man okay wir Multiplexen mehrere Verbindungen aufeinander und wir lassen sogar ein paar mehr Verbindungen zu als eigentlich also wenn jetzt beispielsweise bei einer Telefonleitung da 50 Leute gleichzeitig drüber telefonieren könnten dann kann man eben nur 50 Leute auf diese Leitung rauflassen weil man nicht zwischenspeichern kann kurzfristig beim statistischen Multiplexing sagt man wir lassen mehr als 50 Leute darauf weil wir davon ausgehen dass sie nicht die ganze Zeit reden sozusagen und wenn wir mal eine Überlast haben dann tritt sie eben nur ab und zu mal auf und dann speichern wir eben die Daten so lange zwischen und das macht man eben mit Warteschlangen das geht eben nur in paketvermittelten Netzen und das ist eben das Grundprinzip des Internets dass man eben diese Warteschlangen hat ja heutzutage ausschließlich FIFO-Warteschlangen das heißt First in First out das heißt der erste der drin war der wird auch als erstes bedient und wenn die Warteschlange voll ist dann läuft sie hinten über das heißt die Pakete gehen verloren wenn ein Paket verloren gegangen ist dann kriegt der Empfänger das Paket natürlich nicht schickt kein Acknowledgement zurück und irgendwann stellt TCP fest durch einen Timer beispielsweise dass das Paket offensichtlich nicht angekommen ist und sagt oh ja da muss eine Warteschlange überlaufen sein das heißt die Rate war zu hoch ich reduziere sie war anfangs ganz wunderbar weil Kabelnetze da gab es eigentlich kaum andere Gründe warum Pakete verloren gehen könnten aber jetzt haben wir zum Beispiel Wavelan oder andere Funknetze oder irgendwelche sonst wie Funkstrecken Satellitenstrecken beispielsweise wo auch mal Pakete einfach dadurch verloren gehen können dass irgendwie gerade die atmosphärischen Bedingungen schlecht waren oder sonst irgendwas mit Übertragung nicht stimmte und dann natürlich TCP weiterhin denkt das lag daran dass ich zu schnell gesendet habe die Rate wird weiter runter geregelt und dann habe ich ganz ganz schlechte Performance also das ist eigentlich das Grundprinzip und auch das Grundproblem von TCP Ratenregelung basiert auf Paketverlusten das geht im Grunde durch zwei Algorithmen der erste heißt Slow Start ich schicke ein Paket los bekomme irgendwann das Acknowledgement und vergrößere dann dieses Congestion Window das Congestion Window haben ja gesagt ich kann so viele Pakete auf einmal losschicken wie in dieses Fenster reinpassen fange immer mit 1 an das heißt ich darf nur ein Paket losschicken wenn das erste Acknowledgement ankommt vergrößere ich das Fenster um 1 ich verschiebe es um 1 und dann darf ich zwei weitere Pakete nämlich 2 und 3 losschicken die kommen an ich bekomme die Bestätigung für 2 und 3 hier habe ich das dargestellt durch ein sogenanntes Cumulative Acknowledgement also das 3 Acknowledge implizit auch 2 das heißt das Congestion Window wird wieder um 2 vergrößert für jedes Acknowledgement um 1 und wird verschoben und dann darf ich vier Pakete losschicken und das Ding heißt interessanterweise Slow Start ist aber in Wirklichkeit ein sehr schneller Start weil wir hier exponentiell ansteigen 1, 2, 4 mit 8, 16 und so weiter geht es weiter der Name Slow Start kommt daher dass ich mit der Fenstergröße 1 anfange aber es ist im Grunde der schnellste Anstieg den es gibt ich könnte auch gleich mit Maximum starten mit der maximalen Größe starten könnte man machen wird aber nicht gemacht ja deswegen ja also heißt dem Slow Start weil ich mit 1 anfange es gibt einige Implementierungen von TCP die mit größer als 1 anfangen aber es hat sich eben gezeigt dass es nicht so schlau ist weil man ja letztendlich gar nicht weiß wo man anfangen soll es wäre ja eigentlich nur ein Gerad wo man anfangen sollte dann kann man auch gleich bei 1 anfangen gut komme ich über den sogenannten Slow Start Threshold also eine bestimmte Größe sagen wir 16 also ich habe jetzt 1, 2, 4, 8, 16 dann nehme ich drüber dann wechsle ich einen anderen Algorithmus der heißt Congestion Avoidance und in diesem Algorithmus wird nur noch das Fenster nur noch um ein Segment vergrößert für die Bestätigung aller Segmente in diesem Fenster in der Praxis werde ich also wenn das Fenster groß ist um ein Zehntel Segment pro Acknowledgement zehn Segmente groß ist werde ich um ein Zehntel Segment vergrößern je Acknowledgement und dann kriege ich einen linearen Anstieg ja Paketverlust ich reduziere die Senderate beim Slow Start wieder zurück auf ein Segment beim Congestion Avoidance Fall auf die Hälfte hat man also gesagt wir sind ein bisschen wir gehen nicht ganz runter auf 1 bei dem ursprünglichen TCP Tahu Old war es so dass immer auf die 1 zurückgegangen wurde und dann hat man eben erst angefangen das so zu verändern dass man halbiert der Gedanke war natürlich klar im Slow Start verdoppel ich sozusagen mit jeder Umlaufzeit mein Fenster also halbiere ich dann habe ich wieder die richtige Stelle erwischt hier ist so ein Bild wie das so zumindest theoretisch aussieht wir sehen den exponentiellen Anstieg am Anfang dann komme ich über den Slow Start Algorithmus hier mit Schwelle über den Slow Start Threshold hier mit Schwelle bezeichnet und danach habe ich einen linearen Anstieg ich verliere ein Paket an einer Stelle gehe hier das ist also wie gesagt der ursprüngliche Algorithmus gehe ich wieder runter auf ein Segment gleichzeitig setze ich den Slow Start Threshold neu nämlich an die Hälfte von da wo ich war und habe dann entsprechend früher meinen linearen Anstieg wieder dieses Bild ist entnommen aus Tannenbaum ein Buch über Computernetzwerke eigentlich eine gute Einführung über alles also die gehen nicht nur auf TCPIP ein sondern auf ziemlich viel in der Praxis ist das nicht ganz so linear ich habe hier so ein Bild am Anfang sieht man eben genau dieses Verhalten ich gehe sozusagen exponentiell hoch komme dann runter wieder auf 1 gehe dann wieder exponentiell hoch und habe dann irgendwann diesen Slow Start Threshold überschritten und dann kommt der lineare Anstieg der ist in Wirklichkeit nicht ganz linear weil die Warteschlangen im Schnitt länger werden und dadurch wird die Umlaufzeit länger die Umlaufzeit ist die Zeit die vergeht von dem Moment wo ich ein Paket losschicke bis zu dem Zeitpunkt wo ich das Acknowledgement empfange die wird ein bisschen größer und TCP vergrößert sein Fenster ja sozusagen einmal pro Umlaufzeit und da die Umlaufzeit zunimmt ist der Anstieg degressiv und das ist sehr blöd weil man natürlich versucht dieses Verhalten zu modellieren wenn man irgendwie sich was vorhersagen will und linear modelliert sich es einfach deutlich einfacher als so wichtig ist dass man es mal gehört hat das ist ein sogenannter Additive Increase Multiplicative Decrease Algorithmus also linearer Anstieg und multiplikativer Abstieg sozusagen also durch zwei das wird deswegen immer so häufig betont weil das stabil ist was man sich für Algorithmen immer ausdenkt ist ja immer die Frage ist das Ganze auch stabil oder kann mir das irgendwo hinweglaufen und bei AMD ist eben der große Vorteil das ist stabil aber wie man sieht an diesem Sägezahn nicht besonders effizient wenn ich jetzt mir vorstelle dass ich eine die Kapazität genau der Leitung genau irgendwo einen Tick unter den oberen Zacken sein dürfte kann man schlecht zeigen Laserpointer dann habe ich ja etwa 30% verschenkt von meiner Bandbreite hier ist ein praktisches Bild aus einer Simulation hier sieht man eben so eine Warteschlange den Füllstand und man sieht eben dass die Warteschlange erstmal kräftig voll gefüllt wird bis sie irgendwann voll ist dann senken die TCP-Sender ihre Rate das heißt die Warteschlange wird plötzlich wieder leer und dann geht das Ganze wieder von vorne los und dann wird sie wieder voll dann gibt es wieder Paketverluste dann reduzieren wieder alle TCP-Sender ihre Rate und wird es wieder runter dann sieht man schon ein ganz großes Problem es nennt sich Global Synchronization Problem die Quellen werden alle gleichzeitig ihre Raten erhöhen und alle gleichzeitig bei Paketverlust ihre Rate senken und deswegen haben wir auch hier einen sehr uneffektiven Vorgang gut Loss Detection und Retransmission bisher habe ich erwähnt durch einen Timer ein Paket Acknowledgement kommt nach einer bestimmten Zeit nicht also gehen wir davon aus es wurde verloren das ist der sogenannte Retransmission Timeout Timer der wird immer dann gestartet wenn ich entweder das erste Paket losschicke oder wenn ich ein Acknowledgement bekomme und ein Paket noch unterwegs ist es gibt nur einen Timer wenn man Literatur liest steht da häufig ja jedes einzelne Paket wird getimt muss man sich vorstellen dass man jetzt was weiß ich 32.000 Pakete losgeschickt hat dann hat man 32.000 Timer gestartet das macht kein Computer gerne deswegen macht man diesen vereinfachten Algorithmus wo man eben sagt ich starte nur einen Timer und der wird dann eben wieder jedes Mal neu gestartet wenn ich ein Acknowledgement bekomme ja da gibt es auch noch eine bestimmte Formel wie man jetzt diesen Timeout berechnen soll ab wann ist denn eigentlich jetzt ein Paket zu lange unterwegs und dann sagt man so als Pi mal Daumen Formel natürlich die durchschnittliche Umlaufzeit Raumtritttime plus einen gewissen Sicherheitsfaktor der letztendlich die vierfache Standardabweichung der Messungen ist zweites großes Problem bei TCP ist die Genauigkeit dieses RETRANSMISSION Timers ist 500 Millisekunden und wenn wir überlegen dass wir vielleicht so normalerweise eine Umlaufzeit von vielleicht 100 Millisekunden haben dann ist der Timer einfach furchtbar ungenau und das wird eben noch schlimmer dadurch dass ich eben diesen vereinfachten Timer habe den einfachen den ich immer nur dann starte wenn ich also wenn ich ein Acknowledgement wieder bekomme hier sehen wir ein Bild der linke rote Pfeil der zeigt den Zeitpunkt wenn ich eigentlich theoretisch den Timer hätte starten müssen nämlich dann wenn ich das Paket losschicke das zweite Paket ich starte ihn aber erst dann wenn ich das Acknowledgement vom ersten Paket bekomme das zweite Paket geht verloren ich muss also vom ersten Acknowledgement bis zum Ablauf des RETRANSMISSION Timers warten und das kann locker eine Sekunde sein nachdem ich das Paket losgeschickt habe und wenn das häufiger vorkommt dann ist das also eine ganz ganz schlechte Datenrate die dabei rauskommt also hat man sich überlegt wie kann man es besser machen und hat den sogenannten Fast-Free-Trendsmit Algorithmus entwickelt da hat man gesagt wenn der Empfänger jetzt weitere Segmente bekommt also ich schicke meinetwegen fünf Pakete los der Empfänger kriegt aber nur eins, drei, vier und fünf dann wiederholt er die Bestätigung für das zuletzt korrekt in der richtigen Reihenfolge ohne Lücke empfangene Paket also das erste Paket wird ganz normal bestätigt dann kommt das zweite nicht an dann kommt das dritte an dann wird das erste wieder bestätigt dann kommt das vierte an wird das erste wieder bestätigt kommt das fünfte an wird das erste wieder bestätigt dann habe ich also drei doppelte Bestätigungen sogenannte Duplicate Acknowledgements und dann sagt der Sender oh da muss offensichtlich die zwei verloren gegangen sein und das geht viel viel schneller als auf den Timer zu warten und nennt sich Fast-Free-Transmit wir sehen schon zwei grundlegende Probleme erstens das ganze funktioniert nur dann wenn ich nur ein Paket verliere wenn ich mehrere Pakete verliere dann weiß er zwar dass das zweite Segment verloren gegangen ist aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch noch das sechste verloren hätte weiß er das erst dann wenn er wieder anfängt zu senden das heißt irgendwann kommt dann doch wieder ein Timeout zweites Problem ist mein Überlastungsfenster dieses Congestion Window das muss natürlich schon die Größe fünf haben damit ich überhaupt drei doppelte Bestätigungen bekommen kann wenn ein Paket verloren geht und das ist auch nicht immer der Fall also gerade wenn sowieso dieses Netz schon so überlastet ist dass ich mit kleinen Fenstern arbeite dann funktioniert dieser Algorithmus auch nicht mehr und dann ist die Verbindung wieder ganz schlecht ja zu Fast Retransmit gehört ein weiterer Algorithmus der heißt Fast Recovery der wurde in TCP Reno im Jahre 1997 eingeführt einmal diese Bestätigung die ich eben gesagt hatte die zeigen ihm an dass es einen Paketverlust gegeben hat aber was jetzt eben der große Unterschied ist ist dass er sagt ja für diese drei Pakete doppelten Pakete die ich bekommen habe habe ich mein Überlastungsfenster ja nicht verändert aber eigentlich haben diese Pakete ja schon das Netzwerk verlassen also sage ich beim Fast Recovery mache ich eine künstliche Aufblähung des Fensters und sage für jedes Paket für jedes doppelte Acknowledgement muss ja ein Paket das Netz verlassen haben sonst wäre ja kein weiteres Acknowledgement generiert worden also kann ich wieder ein Paket einspeisen in das Netz und dadurch kann ich ganz ganz schnell die verloren gegangenen Pakete nachreichen ja ist alles bestätigt worden wird das Fenster natürlich diese künstliche Aufblähung wird dann wieder zurückgenommen gut nochmal zu den Varianten TCP Tahoe 89 das ist die etwas neuere Variante ich hatte eben schon Tahoe Old genannt die hatte noch kein Fast Retransmit die TCP Tahoe hat eben Slow Start Eingriffung das Congestion Avoidance und den Fast Retransmit ist in den RFCs definiert 97 Camrino dazu mit dem Fast Recovery und einem etwas intelligenteren Fast Retransmit da wird eben noch geraten welche Segmente wahrscheinlich nicht angekommen sind das wird weiter verbessert in New Reno 1999 da gibt es eben diese sogenannten Partial Acknowledgements letztendlich hat man schon mehr Informationen wenn man diese doppelten Bestätigungen bekommt als man ursprünglich sozusagen gedacht hat und man schickt auf gut Glück das was man rät was fehlt nach funktioniert nicht immer aber wird eigentlich jetzt standardmäßig verwendet also Linux verwendet New Reno Windows ist immer ein bisschen hinterher aber letztendlich ist New Reno jetzt das gängigste was es gibt dann gibt es noch die sogenannte Selective Acknowledgement Option 1996 dazu geführt übrigens einen Punkt wo man dieses Optionsfeld benutzt ist der Vortrag der nächste nicht erst um vier naja haben wir später angefangen ja ok ja gut gut da wird ganz explizit gesagt was fehlte was angekommen ist also ganz explizit gesagt welche Segmente sind angekommen wirklich nach dem Motto 1, 3, 4 und 5 sind angekommen dann weiß der Sender natürlich ganz klar was gefehlt was gefehlt hat und das muss eben müssen beide Seiten unterstützen das große Problem also ein TCP New Reno Sender kann auch wunderbar mit einem TCP Tahu Empfänger zusammenarbeiten funktioniert wunderbar bei TCP SAC funktioniert das nicht da müssen beide das beide unterstützen ist aber ein bisschen gemein weil viele lügen drüber die sagen wir verstehen Selective Acknowledgements tun sie aber doch nicht und eigentlich ein ganz interessanter Fall dass da so viele lügen weiß gar nicht was der Grund dafür ist aber muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen wenn irgendwie ein Empfänger oder ein Server sagt er würde das verstehen dann gibt es noch eine TCP Variante die ein bisschen aus dem Rahmen fällt aber auch recht wichtig ist das ist TCP Vegas ist leider nicht in irgendeinem DFC beschrieben der funktioniert ganz anders der hat nicht mehr diesen Additive Increase Multiplicative Decrease Algorithmus sondern regelt die Rate anhand der Roundtrip Time wir haben ja gesagt wenn die Roundtrip Time wird größer wenn die Warteschlangen so langsam voll werden also kann ich ja die Roundtrip Time dafür auch nehmen um zu sozusagen zu messen wie voll diese Warteschlangen jetzt wahrscheinlich sind und wenn die Warteschlangen eher voll sind dann ist das Netz eher überlastet also muss ich die Rate reduzieren da kann ich wunderbar effizient arbeiten kann ich wunderbar die Kapazität voll ausnutzen habe kein Sägezahn mehr das Problem ist dass ich dazu wissen wie denn die minimale Roundtrip Time ist also ohne gefüllte Warteschlangen das weiß ich natürlich nicht immer in der Praxis wird das so gemacht dass immer die kleinste gemessene Roundtrip Time als die theoretisch kleinste angenommen wird hat das Problem wenn man zum Beispiel die Route verändert also wenn ich jetzt zum Beispiel erst eine schnelle Verbindung hatte und dann sagt ein Router oh jetzt schicke ich das alles mal woanders längst was viel länger dauert dann ist meine minimale Roundtrip Time völlig falsch und dann versagt dieser Algorithmus das zweite Problem ist wenn ich das mische ich habe ja eben gezeigt dass die alten TCP Varianten Tau und Rino versuchen die Warteschlangen voll zu machen bis es einen Paketverlust gibt TCP Vegas versucht die Warteschlangen möglichst klein zu halten ist ganz klar was passieren wird TCP Vegas wird sagen oh ich muss weniger senden weniger senden weniger senden und die anderen sagen hoch ich muss die Warteschlange voll machen und wer TCP Vegas verwendet hat zwar den besten Algorithmus oder wird schlichtweg verlieren gegenüber den anderen die es nicht tun hier mal so ein kleines Durchsatzbeispiel hier sieht man bei einzelnen Paketverlusten TCP Tau was noch nicht diese intelligenten Recovery Algorithmen hat kommt mit allem mehr oder weniger gut oder schlecht zurecht 45% Durchsatz der Rest ist sozusagen verloren TCP Reno ist da schon besser 55% aber wenn es mehrfache Verluste gab 2 Segmente 3 Segmente oder 4 Segmente sieht man wie radikal schlecht TCP Reno auf einmal wird New Reno verbessert das wieder durch dieses Raten was verloren gegangen ist mit diesem Partial X und TCP SAC hat natürlich dadurch dass explizit gesagt wurde was fehlt die besten Werte ist ganz klar aber was man hier aus diesem Bildschirm sehen kann ist dass TCP Reno eigentlich das schlechteste ist und ja Windows ein kleines Beispiel was was verwendet Taho Ebaycom ich weiß nicht ob das noch so ist das ist aus dem letzten Jahr diese Folie also irgendwie die älteste Variante von TCP die es überhaupt gibt wird bei Ebay verwendet und bei Microsoft mit der SAC Option ja und New Reno ist bei Netscape und sogar mit SAC Option bei AOL und hier sieht man eben dass 41% der Server im Internet diese SAC Option zumindest vorgeben zu kennen das ist also diese Werte ob mit SAC oder ohne ist ich sage dass ich es kann es ist nicht getestet ob sie es wirklich kennen gut kleine neue Entwicklung die letzten drei Jahre oder ja geht schon ein bisschen weiter hinaus aber in den letzten drei Jahren wurde es wirklich auch relevant für den Anwender ist dass man davon weg will dass man Paketverluste braucht um irgendwie zu erkennen ob ein Netz nun voll ist oder nicht und da hat man jetzt gesagt gut also mit TCP Vegas ging es nicht also machen wir jetzt folgendes wir benutzen ein Bit im Paket und das Bit wird gesetzt wenn sozusagen die Warteschlange fast voll ist das macht man zum Beispiel im Zusammenhang mit den random early detection gateways und der explicit congestion notification wer kernel 2.4 bei Linux mal eingesetzt hat der wird darüber gestolpert sein explicit congestion notification ist genau das dass der Sender sagt du brauchst meine Pakete nicht wegzuwerfen um mir zu sagen dass ich meine Rate reduzieren soll setze einfach das Bit und der Router der muss dann eben natürlich entsprechend eine Warteschlange haben die das machen kann und das ist eben dieses Red da habe ich zwei Thresholds zwei Schwellen die eine ist der Minimum Threshold die andere ist die Maximum Threshold wenn die Warteschlange der mittlere Füllstand unter dem Minimum Threshold ist dann lasse ich die Pakete ganz normal durch wie bei FIFO wenn ich über den maximalen Threshold bin dann schmeiße ich sie alle weg oder ich markiere sie alle und dazwischen mache ich das irgendwie statistisch das heißt ich habe eine gewisse Wahrscheinlichkeit die steigt an und je voller die Warteschlange ist umso größer ist die Wahrscheinlichkeit dass ich das Paket markiere und auf die Art und Weise kann ich schon Pakete markieren weit bevor die Warteschlange übergelaufen ist dieses Verfahren wird wie gesagt gerade umgesetzt Red wurde schon lange lange in Cisco-Routern implementiert ECN jetzt im Kernel 2.4 drin Windows kann es noch nicht aber ein ganz grundsätzliches Problem ist immer noch da nehmen wir mal an ich habe jetzt zwei Quellen in einem 100 Mbit Netz und die senden beide mit 50 Mbit und dann wirft das Gateway oder der Router wirft ein Paket weg dann wird eine der beiden Quellen die Rate halbieren haben wir eben gehabt dann kommen da also insgesamt 75 Mbit raus also ein ganz schön krasser Unterschied habe ich aber 100 Quellen die alle mit einem Mbit senden und ich werfe ein Paket weg dann halbiert eine der Quellen ihre Rate dann haben wir statt 100 Mbit 99,5 dann sehen wir also ein ganz grundsätzliches Problem wo auch alle gerade daran arbeiten wie man das denn reparieren könnte dass die Signale unterschiedlich also unterschiedliche Bedeutung haben könnten das führt mich auf eine neue Entwicklung an der ich persönlich arbeite die nennt sich Congestion Pricing so neu ist sie nicht die ist 95 eigentlich erstmalig im großen Stil erwähnt worden Prinzip ist im Grunde das dass man sagt ich habe einen gewissen Nutzen wenn ich einen mit einer gewissen Rate senden kann und der Nutzen wird umso höher umso höher die Rate ist aber nicht linear sondern degressiv und was wir wollen ist wir wollen den Nutzen von allen Teilnehmern im Netz optimieren wenn ich jetzt also sozusagen der allwissende Mensch bin und ich weiß jetzt alles im Netz ich weiß alle Füllstände in den einzelnen Routern ich weiß alles was die Quellen wollen dann kann ich dieses Problem lösen das weiß man nun leider nicht also ist der Witz an dieser Theorie Congestion Pricing dass man das globale Optimisierungsproblem in lokale Probleme zerlegen kann wo jede Quelle sozusagen ein eigenes Problem löst nämlich den eigenen Nutzen optimiert allerdings dazu sogenannte Congestion Prices bekommt das sind Kosten die umso höher sind je höher eben das Netz belastet ist und die Preise haben eben nicht direkt was zu tun mit irgendwie Warteschlangenverlusten oder sowas können also entsprechend entkoppelt davon steigen haben wir das vorher genannte Problem mit gelöst und es gibt eben verschiedene Ansätze zum Beispiel wird überlegt dass man diese Preise tatsächlich tatsächlich zur Tarifierung benutzt also Flatrate finden wir Anwender alle ganz schön aber finden die Provider gar nicht schön weil Flatrate leider überhaupt nicht verhindern kann dass Leute das Netz zu müllen sozusagen oder senden wie sie lustig sind und die einzige Art und Weise wie man das wirklich steuert denken zumindest viele ist Geld und ich meine es hindert ja auch keinen ich meine Linux liegt komplett im Source Code vor sich seinen eigenen TCP-Stack zu schreiben der einfach sich mal nicht dran hält die Rate zu reduzieren und auch heute haben wir schon das Problem dass das jeder mal machen könnte und es gibt sogar kommerzielle Programme die das tun und einfach letztendlich auf Kosten anderer das machen und deswegen wollen die Provider davon natürlich weg und da ist eben die Überlegung dass man diese Theorie des Congestion Pricings tatsächlich zur Tarifierung benutzt gut das war ein kleiner Überblick da ist eine Frage ich bin ein bisschen irritiert wegen dieses also wo soll das Geld dann hinfließen also wer kassiert das denn ab die Provider selber dann ja das ist ich meine was würden die denn dafür gewährleisten wollen dass sie das abkassieren ja das ist tatsächlich das ist tatsächlich eigentlich der Hauptkritikpunkt letztendlich sind ja diese Preise besonders hoch wenn das Netz besonders belastet ist und dann sagt man sich natürlich als Anwender jetzt ist das Netz voll belastet also schlechter Service und jetzt soll ich noch besonders viel dafür bezahlen ja also im Grunde ist das ganz klar ein Punkt wo man sagt ja funktioniert so nicht also ich habe auch gesagt ich würde die Preise mehr virtuell ansehen dass also nicht tatsächlich bezahlt wird also jetzt mit echtem Geld sondern dass einfach der Algorithmus diese Preise dazu benutzt seine Rate einzustellen aber letztendlich das jetzt keine monetären Konsequenzen hat aber man könnte sich beispielsweise vorstellen dass man ein bestimmtes Budget hat also dass man zum Beispiel sagt man bekommt jetzt mit seiner Flatrate die man hat bekommt man ein bestimmtes Budget an diesen Congestion Preises und wenn ich dieses Budget verbraucht habe dann ist es einfach für den Rest des Monats erstmal vorbei oder ich darf nachzahlen irgendwie eine gewisse Strafsumme oder sowas also sowas könnte man sich überlegen noch dass man sowas macht Gibt es denn Überlegungen dahingehend also Provider sind ja letztlich nur die Anbieter für Endverbraucherinnen halt was Netz angeht halt aber das Netz selber ist ja ausgebaut worden aus Steuergeldern halt also es ist ja nichts was die vorfinanziert haben oder was irgendwelche Unternehmen oder Privatpersonen vorfinanziert haben sondern das ist ja über Wissenschaftsbetrieb und ähnliches auf- und ausgebaut worden halt und da müsste man dann ja sagen okay die Gelder fließen zurück halt und werden dann entweder direkt für den weiteren Ausbau verwendet oder aber für andere soziale Maßnahmen naja also ist es ja so dass es ja ganz so korrekt nicht ist natürlich sind die Protokolle und und die Technik im wissenschaftlichen Betrieb entwickelt worden aber letztendlich hat natürlich die Telekom die Router selber bezahlt und auch die Kabel im Boden oder jeder andere Provider na das war ja immer also es war eine Bundesbehörde die auch ja Telekom ist vielleicht ein schlechtes Beispiel aber nehme ich jetzt was nehmen wir mal nehmen wir D2 oder so nehmen wir zum Beispiel einfach mal Worldcom denen ein nicht möglicher Anteil des Internet-Backbones gehört den haben die schlicht und ergreifend mit eigenem Geld bezahlt und das ist mit den anderen aber Worldcom sitzt in den USA oder nicht ja ja alles klar das ist mit den ja also es ist mit den anderen Carriers ich würde das auch nicht so genau ausdifferenzieren das ist schon so also anscheinend gibt es doch Unternehmen die einen Teil bezahlt haben aber es ist trotzdem so dass ein Großteil dessen auch aus Steuergeldern ganz einfach finanziert worden ist also das ist anscheinend länderspezifisch dann nochmal direkt abhängig wer was finanziert hat da ja also ich meine wäre vielleicht nochmal spannend das auch mal genau zu machen wer was da eigentlich wie mit aufgebaut hat aber das war nicht das eigentliche Thema in Bezug auf wie gehen die sozialen Kosten denn dann wieder zurück oder ist da überhaupt eine Diskussion anüberlegt also grundsätzlich wie gesagt natürlich wäre dann eigentlich schon das so dass der Provider das Geld was er dadurch einnimmt dazu verwenden müsste die das zu beseitigen aber das machen im Grunde eh also man hat dieses Problem der Überlastabwehr noch nicht so richtig im Griff selbst mit dem elastischen Verkehr wie TCP ist es so dass immer noch vorkommen kann dass das Netz überlastet ist das kennt ja jeder wenn er irgendwie versucht eine Webseite aufzurufen und dann steht Connection Stalled oder sowas letztendlich gibt es einmal den den theoretischen Ansatz der sagt wir brauchen auch eine Call Admission Control für zum Beispiel Webbrowsen das dann einfach vorbei gassenbesetzt kommt beim HTTP ist das in der Praxis sehr schwierig zu machen weil sowas kann ja eigentlich auf der Netzseite nur auf TCP Ebene passieren aber so eine HTTP Verbindung die baut mehrere TCP Verbindungen auf zum Beispiel für die Bilder und irgendwie eine Call Admission Control die irgendwie bei drei Bildern nein sagt aber bei dem Rest der Seite ja aber die wichtigste Information wieder nein oder so ähnlich die führt dazu dass alles nichts taugt letztendlich brauchen wir etwas was eben die gesamte Browsing Session ja oder nein sagt und das gibt es eben nicht und da sind eben die Wissenschaftler gerade dabei sich da was schlaues zu überlegen aber das grundsätzliche Problem bekommt man eigentlich wirklich nur mit einer Call Admission Control in den Griff wie es zum Beispiel bei ATM gemacht wird oder sowas da gibt es dann bestimmte Abkommen und dann darf man eben nicht mehr machen und wenn man mehr sendet dann ist es vorbei oder man muss reservieren vorher oder solche Dinge und heutzutage wird es durch Overprovisioning gelöst Overprovisioning heißt es ich stelle einfach das Fetteste dahin und hoffe dass es irgendwie nicht voll ausgenutzt wird das heißt ich fahre mein Netz vielleicht bei einer Auslastung von 70% dann kann ich auch mal kurz überlasten akzeptieren und man sagt irgendwie da das Netz sowieso irgendwie komplett ich weiß nicht was alle zwölf Monate oder was ist das wie häufig tauschen die ihr Netzkompeten ab ungefähr ja irgendwie sowas alle zwölf Monate die Netzkomponenten ausgetauscht werden bedeutet das Overprovisioning letztendlich das Vorziehen einer Investition um drei Monate oder so da muss man mal Provider fragen die wissen das genau was das finanziell bedeutet und deswegen ist es einfach das einfachste was man macht man überdimensioniert sein Netz einfach und wenn es dann irgendwie zu klein geworden ist dann wechselt man wieder alles aus das ist nicht wissenschaftlich aber es ist im Moment die einzige Art und Weise wie es funktioniert und warum das Internet überhaupt noch geht gut wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten weil wir haben noch mit maximal 15 Minuten und noch elf Folien eine pro Minute genau was wir fragen ja also wie eben auch schon mal angefragt war es gibt ein System namens DNS Domain Name System das dafür sorgt dass man sich nicht kryptische vier Buds lange Nummern merken muss was Menschen erfahrungsgemäß eher schwer fällt sondern eine diese weltweit verteilte Datenbank anfragen können die eben einfacher merkbare Adressen wie www ccc.de oder so statt eben irgendeine Nummer dass man die verwenden kann weltweit verteilte Datenbank funktioniert erstaunlich gut die komische Fragen komische Zeichen naja jedenfalls sind die Namen hierarchisch organisiert im Gegensatz zu den IP Adressen sozusagen von hinten aufzulösen die höchste Level Top Level Domain da gibt es einmal die sechs großen com.org edu und co jetzt inzwischen auch noch ein paar mehr oder die Länder Domains wie zum Beispiel .de wenn man das auflösen will fragt man fängt man hinten an fragt mal den globalen oder einen der Root Name Server gibt es ungefähr zehn Stück die fragt man nach wer ist eigentlich für .de zuständig kriegt eine Antwort dann fragt man die nach dem nächsten Teil bla.de kriegt eine Antwort und irgendwann hat man sich soweit vorgehangelt bis man eine IP Adresse bekommen hat die meisten Anwendungen des Internets wir sind ja inzwischen auf Layer 5 angekommen basieren auf TCP verbindungsorientiert vergleichbar Telefongespräch und nicht auf der Postkartentechnologie UDP auf UDP haben wir NFS DNS und diverse Videoanwendungen die einfach weil UDP im Prinzip wenn man auch mal Paketverluste in Kauf nehmen kann beziehungsweise das auf der Anwendungsebene abfackelt weil weniger zu tun kann es performanter sein als TCP man muss dann aber seine Ratenregelung und so weiter auf Anwendungsebene machen was sich bei Videostreams als typisches Beispiel sehr gut machen lässt ich kann bei meinem Videostream auf Anwendungsebene sagen hm ich verliere hier Pakete dann sollte ich mal die Bildauflösung reduzieren und damit die Anzahl der Pakete die ich schicken muss reduzieren das kann ich nur auf Anwendungsebene sinnvoll tun TCP könnte das nicht wissen ob ich jetzt sagen kann ich reduziere die Bildauflösung sprich ich setze einen anderen Codec ein als Beispiel oder ich sende weniger Frames pro Sekunde da kriegt das Netzwerk auf Layer 3 weiß ich nicht ob das in jedem Datenpaket ein Video Frame drin ist oder was auch immer UDP klar NFS als Netzwerk verteiltes System ähnlich wie Microsofts SMB Protokoll NFS ist ziemlich langsam andererseits ist es stabil aufgrund der Tatsache dass das Protokoll stateless ist kann ich einen NFS Server bei bestehender kleinen Verbindung abschalten auseinanderbauen siebenmal ums Haus tragen wieder zusammenschrauben und wieder ans Netz hängen und der Client hat es im Prinzip nicht gemerkt der Client hat zwar gemerkt dass solange zwischendurch der Server nicht verfügbar war aber es gibt keine Verbindung die auf und wieder abzubauen wäre der Client kann zwischendurch Dateien offen gehabt haben NFS Version 2 kann aber aus Performance Gründen auch DCP verwenden die andere ganz große wichtige UDP Anwendung ist DNS typischer DNS Anfrage ist ein UDP Paket hin sag mal wer ist eigentlich www.ccc.de und eine ein UDP zurück Antwort das ist auch was was sich für UDP anbietet weil entweder hat der Server innerhalb von einer sinnvollen Zeit geantwortet oder nicht und wenn er nicht geantwortet hat dann probiere ich es entweder nochmal oder ich probiere gleich einen anderen noch mehr TCP Anwendungen typische klassische Telnet SSH ist dasselbe mit Verschlüsselung FTP HTTP ATTP elektronische Mail mit SMTP und POP3 und so weiter also zu Telnet sollte man noch sagen wer das hier vor Ort verwendet der ist selber schuld es gibt hier mehrere Protokolle die hier angeschrieben sind die man besser auf diesen in diesen Hallen besser nicht anwenden soll das sind alle die die Passwörter im Klartext durch die Gegend schicken ganz klarer Fall Telnet FTP POP3 und auch SMTP ist ja schön es gibt so ein schönes Tool das heißt MailSnav also wer seine Mails hier sozusagen verschickt an einen externen SMTP Server unverschlüsselt der liefert sie auch allen frei Haus also es passiert jedes Jahr wieder wir hatten letztes Jahr einen schönen Beamer stehen irgendwo da haben wir die ganzen POP3 Passwörter angezeigt und Leute haben es alle trotzdem nicht gemerkt oder keine Ahnung und in kürzester Form was zum Thema Angriffspunkte auf die IP Protokoll Familie kann man mal zerlegen in Denial of Service heißt berechtigte Benutzer können nicht arbeiten weil irgendwas im Netz nicht geht ich kann Daten ausspähen indem ich einfach nur mitlese dagegen hilft aus den von Sebastian erst genannten Gründen auch einen Switch nicht wirklich wenn ich einen Switch mit ARP Spoofing so voll mache dass er als Hub arbeitet dann kriegt das ein Administrator eventuell mit weil sich diverse erzirrnte User bei ihm melden und sagen das Netz ist aber wieder schweine langsam du mach mal was aber dann ist es natürlich schon zu spät ich habe erst mal ausspälen können verfälschen von Daten unterwegs ich nehme ein Datenpaket ändere es und schicke es weiter fieser Fall wäre irgendwelche Electronic Banking Transaktionen andererseits wenn ich eine Mail vom Chef an einen Mitarbeiter von einer Belobigung in eine Kündigung ändere zum Beispiel dann sind wahrscheinlich die Betroffenen auch nicht wirklich erfreut ich kann aktiv in Netzknoten eingreifen entweder sind das Rechner oder ich kann auch einfach Router so verwirren dass sie interessante Sachen machen obwohl die Router in der Regel einigermaßen brauchbar administriert sind bei Servern ist das öfters nicht der Fall IP Spoofing heißt ich schicke Datenpakete durch die Gegend mit einer Adresse Absender Adresse die nicht meine wirkliche ist führt natürlich dazu dass ich keine Antworten kriegen kann aber unter Umständen bin ich zum Beispiel bei E-Mail das SMTP Protokoll ist hinreichend trivial dass ich die Antworten nicht wirklich brauche ich kann also eine E-Mail wunderbar schicken die dann von president advice house kommt und meinen Chef zu ehrfürchtigen Staunen ermuntern oder solche Geschichten oder eben ich kann 100.000 Leuten schicken Mail mit Werbung für Penisverlängerung oder was weiß ich Naja Dann Denial auf Service Möglichkeiten sind zum Beispiel die ganz simple brutale und zu sagen ich schicke einfach so viele Pakete dass ich die Anbindung des Rechners am anderen Ende einfach platt mache einfach überfluten wenn ich selber eine schnelle Anbindung habe und das oft eine langsame dann geht das Ich kann so fiese Dinger machen wie Ping mit zu großen Paketen das gab da einige TCP IP Implementationen speziell aus Redmond die dagegen sehr anfällig waren auch mit illegalen Fragmenten also überlappende Fragmente oder so wurde auch sehr beliebt da reagierten diese Geräte dann gelegentlich mit interessanten blauen Bildschirmen oder was Sebastian schon angesprochen hat Synth Flooding ich fange einfach an ganz viele Verbindungen aufzubauen der Rechner muss sich das merken und hat irgendwann keine Ressourcen mehr um sich den ganzen Kram zu merken das beruht meistens auf Fehlern in der IP Implementierung des angegriffenen Systems Nicht alle Denial of Services Angriffe beruhen darauf aber doch viele Eine andere Geschichte ist ein Distributed Denial of Service Das ist einfach die Variante Flatping die ich aber nicht von einem Rechner aus mache sondern von gar vielen Rechnern die ich vorher durch geeignete Maßnahmen unter meine Gewalt gebracht habe Irgendwelche netten kleinen Windows Trojaner bieten sich dafür an sind dafür auch in der Vergangenheit intensiv genutzt worden um zum Beispiel dass auf bestimmte Zeit Hunderttausende von kompromittierten Rechnern Amazon versucht haben anzugreifen Wenn man einfach genug davon nimmt dann hat der Investrator richtig viel Mühe das alles abzublocken Ich kann im LAN speziell oder sehr gern auch im Wireless LAN weil wir ja wie wir ja alle wissen ist die WEP Verschlüsselung nicht wirklich eine Verschlüsselung sondern bestenfalls ein schwacher Versuch einer Verschleierung Bei Ethernet ist das natürlich einfach weil ich an das Kabel in der Regel irgendwie rankomme Da gibt es sehr schöne Werkzeuge Etherial ist eigentlich da so mein Liebling weil das eine sehr schöne Paket Dekodierung hat Sehr hilfreich wenn man irgendwelche Probleme in Netzen hat und raus kriegen wir woran liegt das eigentlich Ether Find und TCP Dump sind ähnliche Werkzeuge TCP Dump ist zum Beispiel für Linux verfügbar Ether Find ist bei Sun Standard mäßig mit drauf Also TCP Dump zeigt einem praktisch alles an was auf dem Netz abgeht Für die Leute die etwas fauler sind gibt es dsniff dsniff zeigt nur die Passwörter und Usernames und dazu gehören auch die Programme wie das Mail Snav was ich genannt habe Dann gibt es auch Programme die machen die Browsing Session mit also URLs Snav beispielsweise da kann ich jetzt mir sozusagen alle URLs die gerade gesurft werden angucken anzeigen lassen vielleicht auch mal ein interessantes BIMA Projekt einfach mal die ganzen URLs gesurft werden einfach nur alle und dann statistisch erfassen was gerade eingetippt hat ist ja auch schön weil in URLs stehen ja auch häufig Passwörter drin es gibt ja immer diese geliebten Forms wo man dann die Daten sozusagen über die URL verschickt also wie gesagt dieses DSNIF Paket ist ein wunderbares Paket was das Leben sehr sehr einfach macht ja ich kann in Waren Zwischenstationen mitlesen wie gesagt sehr beliebt WLAN Wireless LAN klar hatten wir schon mit mit AirSnord und so weiter ist auch das herausbekommen dieser rudimentären Verschlüsselung kein wirkliches Problem Maximal ist es das einzige Problem ist dass man vielleicht da mal ein paar Stunden vor der Tür sitzen muss im schlecht geheizten Auto aber das ist auch wirklich das größte Problem an der Sache solche Aktionen bieten sich also eher im Sommer an naja dann in Waren Zwischenstationen mitlesen zum Beispiel beim Internet Provider bietet sich einerseits weiß ich nicht was der Administrator bei meinem Provider so gerne forscht vielleicht ist das ja auch jemand der Jugend forscht schön findet bietet sich natürlich insbesondere für die Staatsmacht an die das ganz legal darf seit Otto Katalog 2 sogar noch sehr erweitert sehr sehr viel mehr oder weniger interessante Informationen finden sich gerade auch in Logdateien zum Beispiel Logdateien von irgendwelchen www Proxys die schreiben oft mit was da angesurft wurde ist auch vielleicht mal für die eine oder andere kleine Erpressung gut Einschleusen von Daten unter falscher Identität ist zum Beispiel die Geschichte mit dem Spam die dann so aussieht als ob sie von irgendjemand anders kommt auch das wäre noch ein Angriff auf eine Person die durchaus möglich ist dass ich eben besagte Spam-Mail für die Penisverlängerung die ich irgendwie letzte Woche gekriegt habe einfach nochmal 100.000 Leute schicke mit der Adresse meine Chefs als Absender vielleicht freut ihn das was dann da so zurückkommt kleine Geschenke erhalten die Freundschaft ich meine da gibt es auch häufig diese Kettenbriefe wo irgendwie steht jemand liegt im Sterben und wünscht euch möglichst viele E-Mails bitte schickt der Person doch mal eine E-Mail mit euren Genesungswünschen oder was weiß ich was auch sehr häufig einfach nur ein Trick um diese Person einfach mit Mails zuzuschütten also Kettenbriefe sollte man sowieso nicht beantworten und gleich wegwerfen ganz grundsätzlich noch keine sinnvolle Anwendung dafür gesehen ja dann Hijacking also Übernahmen bestehender Verbindungen zum Beispiel Juggernaut kann eine Tellnet-Verbindung übernehmen sehr gern genommen weil oft schlecht gesichert sind auch Applikationsspezifische Client-Server-Systeme also die Verbindung zwischen einem Applikationsprogramm und seinem Datenbank-Server ist ein vielfach wenig erforschtes Angriffsziel so eine Oracle-Datenbank da den Listener zum Beispiel da sind oftmals gibt es dann weniger sichere Systemadministrator-Passworte Microsoft SQL-Server zum Beispiel Systemadministrator SA und dann gibt es sehr sehr viele Implementationen die nicht in Worten gar nicht gesichert werden ich habe vor einiger Zeit eine Datenbank gesehen bei einer Firma in der die ein Geldvolumen verwaltet für die man dieses Haus hier irgendwie 20-30 Mal hinstellen könnte es geht da schon um Milliarden DM-Beträge wo kein Systemadministrator-Passwort auf der Datenbank gesetzt war so etwas kommt vor leider weil da eben bei den Verwaltern auch zum Teil kein Gefahrenbewusstsein ist und wenn das natürlich schon mal nicht mal ein Passwort gibt dann ist der Angriff letztlich gerade zu trivial IP-Spoofing hatten wir schon weil keine Antwort möglich ist typische Anwendung Spam letzte Folie Literaturhinweise der Tannenbaum Computernetzwerke nicht nur IP eigentlich ganz gut zu lesen wenn man sich für IP sehr interessiert der Stevens TCP IP Illustrated wirklich das beste Buch auf diesem Gebiet leider 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 ist der Mensch tot das Buch ist leider dadurch etwas veraltet aber die älteren TCP Versionen sind halt vollständig noch enthalten die Herangehensweise in diesem Buch ist hauptsächlich mit TCP Dump ich schaue mir mal an was im Ethernet passiert und erkläre daran das Protokoll eine sehr interessante Herangehensweise das ist in Band 1 dann gibt es noch Volume 2 Volume 2 wird das Ganze nochmal am Source Code erklärt wunderbar wenn man selber mal ein TCP Stack programmieren muss kann man da nämlich genau solche Dinge sehen wie was ich mit dem Timer erwähnt hatte die meisten Lehrbücher schreiben das schlichtweg falsch mit dem Timer wenn man bei Richard Stevens nachliest dann sieht man das richtig denn der hat sich wirklich mit dem Source Code einer reellen BSD Implementierung beschäftigt dann den Koma Internetworking bis TCP IP der ist von der Tiefe vergleichbar mit dem Stevens aber geht eher vom theoretischen Ansatz her während der Stevens eben ja gerade wenn ich im LAN mir LAN Traces angucken will und damit umgehen möchte um Fehler zu finden ist der Stevens eigentlich das Buch was ich gelesen haben sollte weil der genau das erklärt ja ja natürlich die zahlreichen RFCs am Anfang schon erwähnt unter www.rfceditor.org wir nehmen gerne noch Fragen entgegen ein bisschen eine Minute haben wir noch ich wollte fragen wegen dem TCP IP NFS ob da die Verbindungen einfach getrennt werden kann ohne dass der Client irgendwas merkt also wenn man NFS über TCP IP laufen lässt nicht über UDP die Frage war also was passiert wenn ich bei NFS Version 2 also über TCP nicht über UDP ob ich dann immer noch den Server wegstellen wieder aufstellen kann gute Frage ich weiß die Antwort nicht sicher vom NFS Protokoll her weil stateless ist müsste es eigentlich gehen aber die TCP Verbindung ist weg wenn der Client auf der TCP Ebene ein Reconnect macht dann wird es weiterhin gehen aber ich bin nicht ganz sicher wie es sich dann verhält also bei TCP muss man dazu sagen das ist auch eine Verbindung die steht für immer prinzipiell aber wenn ich den Server meinetwegen ausschalte dann hat er die Sequenz die Sequenz und alles vergessen wenn ich nur das Netz unterbreche für eine gewisse Zeit meinetwegen drei Jahre und stecke das dann wieder zusammen dann geht es immer noch solange ich sozusagen den Rechner nie ausgemacht habe noch eine Frage gibt es eine URL für die Slides ja ja sie sind im Moment sind da noch die vom letzten Jahr drauf aber heute Abend oder so werden dann die aktuellen drauf sein gut dann danke ich hier geht es gleich weiter dns dns auf und runter so dns 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 Vielen Dank.